Das sind sie, definitiv, die letzten Termine von meinem sechsten Solo-Programm namens ZERO. Wir haben nochmal zwei dazugekriegt, ich habe es lange angekündigt, wir haben sie jetzt effektiv gefixt. 27. Januar im Zermatt, im Cervo, sensationell, und am 4.4.25, natürlich, im Kulturraum Ermitage in Beckerried. Somit sind jetzt alle Termine, die ihr seht, falls ihr es auf YouTube schaut oder die ihr seht, falls ihr es jetzt hört und auf den Link klickt, was ihr machen solltet, das sind wirklich die letzten Termine von diesem Solo-Programm. Tolle Support-Acts dabei, Leila Ladari, Benjamin Delahe, Matteo Gutenrath und je nachdem vielleicht auch noch die ein oder andere Überraschung. Ein paar Highlights sind natürlich sicher Arosa Humor Festival, dass ich nochmal in Basel bin, die grosse Derniere in Liestel und so weiter und so fort. Also schaut die Daten an, wenn ihr wollt, dann könnt ihr ein richtig geiles Programm sehen und mich in der absurdesten Jacke aller Zeiten. Also kommt! Wir haben jetzt schon eine Stunde gemacht und jetzt hat Aufnahme gestartet. Nein, es fängt jetzt wirklich an und du bist nach langer Zeit wieder mal da, was mich sehr, sehr freut. Nein, es freut mich einerseits, weil ich gemerkt habe, dass du mir jetzt wirklich... Ja, das ist gut. Es ist einfach ein bisschen floskel. Aber umso besser... Jetzt ist gerade das Licht abgegangen, Christoph. Ich bin im Dunkeln. Gut, ich bin auch nicht so wichtig heute. Im Gegensatz zu 99% von allen Podcasts, die wir sonst machen, ist mir heute wichtig, dass es um den Gast geht. So, Licht ist wieder da. Mal schauen, für wie lange. Nein, es freut mich einerseits, weil ich gemerkt habe, dass du mir jetzt wirklich... Du begleitest mich seit Jahren in meinem Leben. Das habe ich jetzt gemerkt, als ich das neue Album gehört habe. Und dann dachte ich, weisst du, jetzt muss ich mir überlegen und was weiß ich. Und dann denke ich so... Das habe ich dir, glaube ich, auch mal gesagt oder geschrieben, ich weiss es nicht mal mehr. Du bist mit mir in Australien gesehen. Das hast du mir das letzte Mal erzählt, ja. Du bist irgendwie überall gesehen und... Der Song Freytrain hat dich motiviert, um weiter zu reisen. Stimmt, das weisst du noch. Genau. Und ich habe dann gemerkt, deine Alben sind auch ganz spezifisch gesehen in Phasen von meinem Leben. Und dann habe ich gemerkt, aber lustigerweise hat es jetzt auch lange... Es hat EPs gegeben, aber es hat lange kein richtiges Album gegeben. Stimmt, ja. Voll. Und das wird auch seine Gründe haben, die... Die finden wir jetzt da raus haben. ...die sicher berechtigt sind. Dann gehen wir auf den Grund. Nein! Und dann habe ich jetzt... Die letzten Tage hast du mich begleitet, weil ich einen riesigen Ohrwurm hatte auf dem neuen Album. Ah yes, okay. Das freut mich. Und dann habe ich gedacht, wie ist das für einen selber, wenn man einen Ohrwurm hat, den man selber kreiert hat? Schön, das freut mich im Fall immer. Wirklich? Ja, voll. Ähm... Also... Ich muss auch sagen, ich ziele es ja auch ein wenig darauf ab natürlich. Ja. Und... Also ich finde es auch im Unterschied zum ominösen Hit, wo man ja auch manchmal nicht so genau weiss, ist sie zu sehen, ist sie zu kennen. Ich finde ich... Im Ohrwurm ist es ganz einfach. Es ist einfach... Also wenn ich irgendetwas umsumme und es dann aufnehme und es am nächsten Tag mir wieder in den Sinn kommt, ohne dass ich die Aufnahme gehört habe, sondern einfach, weil es mir nach hinten läuft... Dann ist es eine Ohrwurm. Ja. Und das merke ich ja dann. Und dann habe ich dann auch immer ein wenig Freude. Und ähm... Ja, dann packe ich das meistens in einen Song irgendwie. Von dem her... Ja, das könnte nachlaufen. Ich habe das zu tot gesungen. Für mich. Aber ähm... Hey, ich finde das ist... Also ich finde das natürlich ähm... Super. Das freut mich immer sehr. Also lässt man dann irgendwie unterbewusst den Song mit der Zeit gehen? Der Ohrwurm, sagen wir mal. Der Ohrwurm transformiert sich dann in ein Projekt, das man irgendwann wegschickt. Ja, aber wirklich sehr unterbewusst. Aber ja... Ich würde schon sagen, also einfach wenn du jetzt so sagst, laufen die Sachen nach, dann finde ich schon immer am Anfang, wenn ein Song am Entstehen ist. Dann ist mir das schon... Das ist einer der Punkte, die ich noch wichtig finde. Ja. Dass die Melodie einfach nicht ist... Sondern halt irgendwie... Ja, halt irgendwie so einen... Möglichst den eigenen Charakter hat, der ihm dann eben irgendwie... Ja, im Anfang ein bisschen nachläuft. Alright. Schön, aber dann hörst du wirklich noch Alben in dem Fall. Jaja, sogar sehr äh... Gibt's von dem Vinyl? Ja, das kommt dann noch. Super. Also... Dann kaufe ich sogar noch ein Album. Schön. Ja, man kann es vorbestellen ab jetzt, aber rauskommt es dann... Hey, es geht einfach lang, bis das Vinyl fertig ist. Digital ist relativ schnell veröffentlicht, aber dann äh... Das ist einfach der Knopfdruck. Ja, genau, mehr oder weniger. Ähm... Gibt's denn eine normale schwarze? Oder was jetzt alle machen, sind die Colored und so... Verschiedene Farbverläufe? Ich habe jetzt für eine Farbe, für eine Farbe entschieden. Ja. Du darfst eine schrote Welle. Äh... Clear Blue. Ja, es stimmt, ja. Es stimmt, ja. Also Clear... Es ist nicht durchsichtig, aber so wie... Nein, Solid. Ich glaube, Solid Blue. Okay, okay. Aber ja, einfach das Blau. Ich bin jetzt sehr gespannt über die Drucksachen. Ähm... Ich bin jetzt echt gespannt, ob der Farbton vom Vinyl der gleiche ist wie der von den Drucksachen. Ja. Wir haben es im Presswerk noch gesagt, das wäre dann der Wunsch. Ja. Wir sehen es dann, wenn es dann kommt. Und die lassen dann mal die Maschinen an und dann sagen sie, ah shit, ja nun. Wir sehen mal die Badmusik. Nein, also ja, ich freue mich sehr darauf. Aber es stimmt, das ist doch ein guter Punkt. Ich finde auch, bei den Kindern ist der Vinyl, also der Plattenspieler im Zimmer. Ähm... Und es ist wirklich einfach ein anderes Hören. Mhm. Und dort ist wirklich... Also ja, es ist so wie... Ich finde, das ist für mich beim Vinyl viel wichtiger als so der Audiophilie-Aspekt. Dass man ja auch in der Theorie ohne Auflösung und so ist lustfrei. Aber ich finde... Ich würde es, glaube ich, nicht hören, ehrlich gesagt. Ob jetzt MP3 oder Vinyl. Aber was man einfach merkt, ist so wie... Du kannst nicht skippen, du kannst nicht... Du lässt einfach das Album von vorne bis hinten. Genau. Und das ist schon sehr schön. Und ähm... Es... Es... Es ist... Also ja, den Tonaspekt wüsste ich jetzt auch nicht. Aber es ist wirklich das ganz Bewusste. Und vor allem, dass du das Album ja auch noch... Du splittest das Album. Ja, genau. Du hast ja wirklich auch noch A-Seite und B-Seite. Und irgendwie macht das auch noch mal etwas im Kopf, dass sogar dann, im Gegensatz zu einer CD früher, du nicht sagst, ah, ich höre jetzt einfach die 10-12 Songs in einem Schnitz durch, sondern irgendwie... Fannst du dann auch noch die Hälfte vergleichen? Ja, ja. Weil oft ja B-Seite, vor allem früher noch, auch ein bisschen experimentellerer Zeugs gesehen ist. Genau. Und den Titus ja vorne angepackt hast, genau aus diesem Grund. Mhm. Hat das eigentlich auch noch... Ich glaube, bis heute hat das auch noch so unterbewusst, hat das, glaube ich, noch einen Einfluss, so freier Folge... Ja. Also ja, genau. Man muss dann einfach schauen... Hey, ich kann jetzt die technischen Aspekte nicht ganz genau sagen, aber es ist ja wie, du hast einfach eine gewisse Zeit pro Seite. Ja. 22,5 Minuten oder so. Und wenn natürlich deine Songreihenfolge so ist, dass es dann eben genau nicht reicht, dann musst du unter Umständen, genau, ist es dann auf Vinyl drehenfolge von den Songs anders, damit es in die 22,5 Minuten passt, oder? Ja, ja, ja. Ausser du machst so eine super schwere Pressung, wo dann eh nur drei Songs pro Seite kann. Genau. Ja, voll. Dann machst du zwei Platten. Genau. Doppel-Vinyl. Dann wird es richtig aufwendig. Nein, aber dann würde ich mir die auf jeden Fall gönnen. Und jetzt habe ich bis dahin, habe ich halt einfach gestreamt. Ja, das ist echt gut. Ich los jetzt einfach mal das Album durch. Super. Nice. Was läuft danach? Kannst du etwas singen? Äh, also ich werde es jetzt nicht singen. Mal bitte, ich erzähle dir für einen R-Witze. Tup, tup, tup. So. Sehr gut. Ist es gut gesehen? Ja, voll, ja. Ich wusste auch mal, welches Albener. Der Album Albener. Der Album Albener. Das natürlich. Nein. Und das, was mir am meisten berührt ist, ist Look at Us. Okay. Ich glaube. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ja. Alright. Aber es geht ja auch, im Album merkt man ja auch eine klare, wie will ich sagen? Evolution ist das falsche Wort. Aber… Von Album zu Album, Mensch. Nein, in deinem Album selber. Ah, so. Okay. Ähm, nicht, nicht, sagen wir, ach die Bahn Fahrt. Ja. So, oder? Es ist ja emotional einiges los. Ja. Das stimmt. Und es ist nicht, es ist nicht, ähm, nicht stringent. Ja, ja. Es, genau. Es werden verschiedene Emotionen dadurch bedient. Und, ähm, ja. Ich habe mir so klein natürlich schon probiert, über das Album hinweg so einen Verlauf zu überlegen. Aber ja, hey, was ich vergessen habe zu erwähnen, das habe ich gerade zuerst zu sagen. Ja. In der Hälfte des Podcasts wechselst du auf Baseldeutsch. Ah, geil! Geil! Du musst mir auch sagen, wann die Hälfte ist. Gut. Aber alle, die jetzt zuhören, ab der Hälfte kommt der Switch. Da freue ich mich sehr drauf. Da freue ich mich sehr drauf. Gut, weil, ähm, das Konzept ist doch einigermaßen klar. Also jetzt hier, mit den Feel Good Moments. Ja. Ja, also, ja. Also, mehr weiss eigentlich nicht. Ich habe mir fünf Sachen überlegt, was ich gut anfühle. Also, dann hatte ich gesagt, wenn ich, wenn ich dir sage Feel Good 3, dann kannst du auf Baseldeutsch wechseln. Ah so, gut. Ist gut? Ja, ist gut. Das mache ich. Das ist vielleicht schon vor der Hälfte. Sonst machen wir es vier. Ah so. Nein, ja, ja, also, schauen wir. Genau. Ah so. Gut. Jetzt schon. Es müssen ja nicht nur Moments sein, aber wenn du auch nur Moments rausgesucht hast, dann ist es auch gut. Fangen wir gerade an. Gehen wir gerade rein mit Feel Good Days. Wir gehen mal mit dem ersten Los, ja. Also, das ist schön. Weil, ich habe nämlich, also, eigentlich ist es ganz einfach. Ich finde, dass ich jetzt heute hier sein darf. Fühlt sich sehr gut an. Erstens, weil wir uns wieder sehen. Ja. Und andererseits bin ich einfach, ich bin heute um halb sechs Uhr am Morgen aufgestanden. Dann, äh, schnell duschen die Kaffee zum Morgen. Dann mit dem Auto nach Schlieren, weil ich dort Winterpneu an draufbekommen, respektive am draufbekommen bin, in dem Moment. Dann bin ich mit dem, mit dem Velo nach Altstetten an Bahnhof. Dann mit der S-Bahn an HB. Dann mit dem nächsten Zug nach Schaffhausen. Dann, äh, habe ich dort noch einen Termin gehabt im Radio. Dann, äh, wieder zurück nach Oerlicken. Hier etwas gleich zum Mittagessen. Und jetzt hier. Und sogar ein bisschen zu früh ankommen. Ich dachte mir, hey. Ich habe so, ich habe wirklich gestern, ich habe noch so einen Plan kurz vorhand aufgeschrieben, um welche Uhr Zeit, dass ich wo jeweils los muss. Du hast dir einen Callsheet gemacht, ja? Ich habe das aufgegeben. Und das ist aufgegangen. Und das fühlt sich einfach schon immer, ich finde, da bin ich immer ein bisschen stolz. Dass man sich selber ein guter Planer ist. Das verstand ich. Ja. Bei mir sind es schon viel kleinerer Sachen. Bei mir war so ein Plan nie im Leben aufgegangen. Ja, aber es ist auch immer heimgekommen. Es ist schon am Morgen angefangen. Stoll hier, dann zu, ein bisschen Verspätung und so. Es ist immer so, also hart an der Grenze. Aber es ist alles aufgegangen und jetzt bin ich hier. Und darum, feeling good. Das ist schön. Weil, als du Schliering gesagt hast, habe ich gedacht, das kann nicht, gut gehen, weil ich bin schwer traumatisiert von Schlieren. Wirklich? In allen Belangen, ja. Was ist das Schlieren passiert? Äh, das Schlieren, was passiert? Ähm, ich habe dort bei, bei Viva, habe ich ein Praktikum gemacht. Ah, also, Fernseh, Fernsehsendung? Ja, also, ich glaube, auf Papier ist es noch eine Fernsehsendung. okay. Ähm, und die haben in diesem Sony-Gebäude, wo du vielleicht kennst. Wo man vom Zug aus sieht. Ja. So, ja. Ja. Dort haben die ihr Büro gehabt. Okay. Und ich habe, irgendwie, mit dem Zug, jeweils, bin ich am, warte jetzt, ich musste eigentlich zu einer humanen Zeit arbeiten, sagen wir, halb 10 oder so, bin ich mit dem Zug, am Viertel vor 9, vom Zug aus, habe ich das Gebäude gesehen, bei einem HB, habe ich dann am HB, wegen, wegen einer Minute, habe ich dann 14 Minuten warten, dann die S-Bahn nehmen und dann zurück. Ja. Und dann bist du dreiviertel Stunde, nachdem du dran vorbeigefahren bist, bist du am Anfang bei dem Gebäude gewesen, und das Gleiche zu oben dann wieder. So. Und, äh, und ich habe natürlich auch nichts verdient, weil ich ein Praktikum gemacht habe. Das heisst, das ganze Geld, das ich verdient habe, ist für ein IGEA drauf, das ich gebraucht habe, um überhaupt zu arbeiten. Oder immer zu weit gebracht hat. Genau. Ja. Und dann habe ich so, weisst du, so Coop-Hörnli-Salat. Das ist, glaube ich, das Maximum, das ich mir zum Mittag gönnt habe. Okay. Ja. Für 2.30 Franken damals. Ja. So, also, das ist schwer traumatisierend. Schlieren. Dort hat es auch noch nicht den, jetzt Verkehrs... Ja, genau. Knoten. Knoten. Wie das auch immer, mit dem, mit dem neuen Boden und dem Bus und so. Ist das alles noch nicht so. Ein Schleich, ja, ja. Ähm, nein. Also, ich bin jetzt sonst auch nicht oft zu schlieren, muss ich sagen. Ähm, ja. Aber sehr geile Reifen dort, habe ich gehört. Die besten Reifen. Die besten Reifen. Das heisst, du bist einer von denen, der auch erst jetzt Reifen gewachsen hat, nach dem, nach dem ersten Schnee. Dort ist ihm dann in den Sinn gekommen, ah, fuck, ich bräuchte vielleicht noch Reifen, die das bewerkstelligen. Ja, es ist wirklich so. Ich gebe es zu. Zur Ausrede, habe ich es in den letzten, ich musste das natürlich zu oft erklären, in den letzten Tagen, ich erwähne immer sehr gerne, dass ich das Fahrzeug von Citroën zur Verfügung gestellt bekomme und dass es darum nicht mies ist und darum halt so wie, wenn es mies wäre, hätte ich es wahrscheinlich schon lange gemacht. Wirklich? Ja, aber es hat so wie, ja, komm ich halt manchmal, gerade jetzt kommt es mir gerade selber nicht ins Ende. Das ist lustig, weil ich weiss noch, als ich eines zur Verfügung gestellt hatte, haben sie natürlich, in ihrem Interesse, gesagt, du musst jetzt Reifen wechseln. Okay. Und danach bin ich natürlich so wie der Sohn, der nicht mehr daheim wohnt, weisst, der dann zum ersten Mal den Kielschrank aufmacht und merkt, aha, der ist leer, wenn ich nichts selber dritte, bin ich dann, als ich nicht mehr ein Auto zur Verfügung gekriegt habe, bin ich dann so gesehen, shit, ich muss selber jemanden anrufen, um das organisieren. Das heisst, bei mir ist es genau umgekehrt gewesen. Okay. Wenn es mein eigenes Ding ist, dann wird es schwieriger. Dann wird es schwieriger. Nein, bei mir ist es ziemlich, ja so. Hey, aber eben, also, jetzt sind sie da drauf und dann bin ich dann sicher unterwegs wieder. Sehr gut. Für den Rest vom Winter. Also, das heisst, dieses erste Feelgut hast du dir sehr, sehr frisch überlegt, wie ich merke, weil es ist ja heute erst entstanden. Würdest du sagen, es ist der Moment gesehen, wo du am Essen bist? Also, weisst du, wenn man so viel plant, ist immer die Frage, wann hat man jetzt das Gefühl, man hätte es geschafft? Ja, aber jetzt, wo ich hier sitze, weil ich mir das wirklich gestern, gestern habe ich mir das so wie eben zurechtgelegt, wie das könnte aufgehen, der ganze Plan. Weil es ist schon so klein unterdessen, ich bin ja zu Beil zuhause und nicht mehr mega viel zu Zürich oder Region Zürich und darum ist natürlich, wenn ich schon auf Zürich komme, dann muss ich schon möglichst viel in diesen Tag reinpacken. Du musst alles rausholen. Grossen Zürich-Tag. Genau. Und heute ist der. Nein, und dann eben ist immer so ein bisschen die Frage, hey, ich frage mich dann manchmal wirklich, also, ich weiss noch früher, als wir auf Tour sind gewesen, habe ich mir manchmal zuhause auf dem Computer auf Google Maps und habe mir so ein Plan erzeichnet, wenn ich vom Bahnhof zur Konzertlocation gekommen und habe das dann so mitgenommen. Damit, wenn ich dann am Bahnhof ankomme, in XY, kann ich so wie auf die Bände schauen. Und ich frage mich manchmal, wie man das jetzt vor zehn Jahren hat gemacht, wenn man, also ja, dann hättest du das, oder ich mache es immer noch ein bisschen so, eigentlich merke ich gerade. Ja. Ich habe mir das gestern so ein bisschen rausgeschrieben, welche Zugverbindung, dass ich dann heute muss haben, damit ich eben dann rechtzeitig zuhause bin. Und dann, auch wenn, dass ich wieder weiter muss, dass ich dann zuhause gleich sagen kann, dann muss ich wieder weiter und so. Ja, und dann, also gut anfühlt sich erst jetzt, als ich mich merke, es ist aufgegangen. Geil. Das heißt, nachher musst du wirklich nur noch das Auto wieder holen. Genau. Wie hast du das gemacht mit dem Velo? Das ist noch ein Punkt. Ja, so ein Asphaltrad. Seit, seit sehr lange schon. Ein Asphaltrad? Ja, voll. Okay. Das habe ich schon sehr, sehr lange. Citroën und Velo. Nein, aber das kann ich sehr fest empfehlen. Einerseits allen, die pendeln natürlich, aber auch allen, die ein Auto haben und Zürich Tage machen. Blaue Zonen, Parkkarte für den Tag, 15 Franken, kann man es irgendwo ins Gerät stellen und dann das Asphaltrad hinten aus dem Kofferraum ab in die Stadt. So mache ich das. Ähm, ja, aber ich habe das dann gekauft, wo ich studiert habe und halt pendelt. Und dann ist es wirklich mega gäbig, ja. Ja. Und, ja. Sie sind auch gute Velo, muss man sagen. Sie sind einfach wirklich gute Velo. Das wusste ich nicht. Ich habe noch nie auf einem gesehen, aber ich habe sie immer angenommen. so ein Brompton Handmade in England und so, sechs Gänge, drei Nabe, zwei, zwei, zwei mit Ritzel. Hey, top! Ich hänge fast jeden ab. Ich fahre auch extra schnell meistens, weil sie das kleine Rädchen und viele Leute haben das Gefühl, wegen der kleinen Rädchen können wir langsamer fahren. Wenn es natürlich nicht stimmt, das Rädchen dreht einfach schneller. Genau. Aber, ähm, darum habe ich immer das Gefühl, ich muss etwas zeigen, dass ich schon schneller bin als fast alle. Ich komme dann immer etwas verschwitzt an. Eben, seit Elektro-Velo ist das einfach schon ein sehr schwieriges Unterfangen. Das stimmt aber, beim Anfahren, wenn ich immer noch, ausser die 45er, ja. Die sind schon, das ist recht. Weil früher ist mein erklärter Ziel auf dem Velo an mich selber immer gesehen, ich bin der schnellste. Egal. Ja, das habe ich immer noch. Egal, wie es mir geht. Aber seit dem Elektro-Velo finde ich das zum Teil schon noch schwierig. Das stimmt, das nervt auch immer ein bisschen. Gell? So ein Högutzer aufgekämpft, dann kommt jemand vorbei. Richtig. Das ist ein bisschen, so ein bisschen anstrengender. Ja. Nein, aber darum bin ich heute mit Auto gezogen und Velo unterwegs. Die schweizerische Drehfaltigkeit. Genau. Und, äh... Das öffentliche Verkehrs. Anni, Auto ist nicht öffentlich, Das habe ich nie mehr eingeladen. Nein. Ich bin nur allein gewesen. Wir haben auch noch nicht, wird jetzt auch nicht sein, aber wir haben auch noch so Carpool-Lanes. Wie in den USA. Das ist ja noch geil. Ich habe gehört, dass es eine Idee wäre, einzuführen. Ähm... Nur wenn du mehr als jemand bist, darfst du dort fahren. Hey, ich glaube wirklich, das Problem ist natürlich, dass man dann an vielen Stellen nur noch eine Line hat. Und dann... Ich glaube, es geht schon... In den USA geht es halt auf, weil es irgendeine vier, fünf, sechs Spuren manchmal miteinander hat. Und dann kann man sagen, komm, das macht mega Sinn. Ja, jetzt... Ich weiss jetzt nicht. Aber ja... Ich zähle hier immer noch auf die Selbstfahrende. Ich glaube, das wird die Rettung sein. Meinst du? Für alle Verkehr. Ja, voll. Ja... Also, ja... Ich will jetzt nicht zu lange von dem Auto sprechen, aber... Ich... Ich... Ich probiere manchmal auf der Autobahn, habe ich das Gefühl, ich bin so klein der Equalizer, habe ich das Gefühl. Ich bin eher der, so wie schön Abstand und so. Ja. Also, ich habe das Gefühl, wegen mir lösen sich Stollsituationen eher auf, als sie entstehen. Und ich probiere... Weisst du, keine abrupten Bewegungen. Absolut. Und das ist doch... Also, manchmal ist es so wirklich rättshaft, wie jetzt die Stolls entstanden sind. Wenn du so wie irgendwann denkst, sicher ein Unfall, sicher ein Unfall. Und dann, nach 20 Minuten siehst du, ah nein, es ist einfach nichts, hast du gesehen. Genau. Es gibt doch die tolle, die tolle Aufnahme von oben, wo du dann, wo du dann siehst. Wo man siehst, wie es entstanden ist. Ja, und vor allem wie viel, wie viel es nichts bringt, dass sie die ganze Zeit Spur wechseln. Aha, ja, okay. Also, weisst du, dass dann halt einfach... Sie denken immer, oh, Achtung, jetzt ist hier, so ist gerade die Bewegung, also gehe ich rechts. Und durch das staut es ja hinten umso mehr. Aber darum, also ich habe das Gefühl, ich bin so sehr, ich fahre relativ ruhig und natürlich fast immer auch mit Tempomat. Und mein Liebsten ist eben, wenn er eh den Tempomat schon das meiste macht und ich eigentlich nicht. Ja. Und dann kann der hinterleichthübler so viel mehr wollen, weil ich fahre ja eh nicht. Weisst du, was soll ich machen? Also ich bin einfach ja... Also... Kannst du mein Auto zusammenscheissen? Aber ich bin einfach schön mit 120 auf der linken Spur. Und äh... Also ja... Der muss mich so nicht nehmen, mit 130 irgendwie. Also... Ja, von dem her... Gut, aber die Lichthübler, vor allem wenn sie einen dann noch bestroffen wollen. Und einfach... Auch wenn du übergehst, bleiben sie hinter einem und fahren einfach dicht auf. Das gibt es schon ein bisschen Stress. Ja, eben. Aber ich finde, wenn das Auto fährt, dann stressen wir es auch. Ja, ja, ja. Dann finde ich es auch... Ich habe immer gedacht, ich könnte nie einen Traktor fahren. Weil ich bin so gestresst, dass schon, wenn nur jemand hinten ein bisschen nah ist, dann denke ich so, dann bin ich auf einer Landstrasse mit einem Traktor. Und du siehst, wie hinten einfach so... 20 Autos sich aufstellen. Nein, das stimmt dafür. Weisst du, das Gefühl, dass du ausweichen kannst. Und alle sagen merci so. Merci. Von dem her. Falls sie so Merci sagen. Das stimmt. Nein, aber das Faltrad fasziniert mich fast mehr. Weil ich finde, im Zug... Das ist richtig gut, ja. ...viel angenommen, als Leute, die mit ihrem Tandem den ganzen Weg versperren. Hey, das Faltrad ist wirklich... Ich kann das wirklich allen empfehlen. Es ist so kleine die absurde Situation, man muss laut SBB so einen Sack drüber stülpen. Ich sage dem immer Tarnumhang. Wo das Velo in dem Moment grösser macht, als wenn man es nicht einpacken würde. Aber... Wie heisst das, was du hörst? Das Brompton. 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 Hey, das ist der englische... Ich glaube, das sind die kleinsten. Es gibt Leute, die nicht so Fan sind, weil im Unterschied zu Birdy zum Beispiel ist halt wie... Du kannst bei Brompton so klein wie Apple. Es ist ein geschlossenes System. Du kannst nur ihre Schaltung, ihre Bremsen... Ja, ja, ja. Es ist halt wirklich optimiert. Du kannst so ein bisschen zusammenfalten und superschnell zusammenfalten. Also das ist wirklich... In 20 Sekunden easy hast du das aufgefaltet. Geh noch mal zurück, Christian. Ähm... Super. Schau, ich wäre für das hier. Das 20 Zoll Twist-Schwarz. Das zweite Rechte. Nein, das geht nicht. Brompton ist das Linkeste. Nicht das für 170. Nein, das ist okay. Ja, das ist Brompton. C-Line. Genau. T-Line, B-Line. Das gibt ja alles Mögliche. Das ist jetzt nur ein 2-Speed, aber ja. Oh, aber in Racing Green. Ja, sogar in Racing Green. Super. Ja, das ist grandios. Ja, kann ich wirklich empfehlen. Ist gut. Also, dann musst du den Sack drüber stülpen, dadurch ist es schwerer. Dann ist es gratis. Also grösser. Es ist dann ein Gepäckstück und kein Velo mehr. Aber nur mit dem Sack. Nur mit dem Haar nochmal. Ja. Aber ähm... Okay. Das ist praktisch, ja. Und wie schwer ist es dir? Schon so... Du willst es, wenn du die Gleise wechseln musst, faltest du es auf. Dazwischen. Du willst es nicht mehr als 20 Meter tragen. Okay. Also das heisst, selbst mit dem Tarnumhang, den kann man nicht so als coolen Rucksack nutzen. Nein, nein. Okay. Nein, es ist wirklich nur so ein Tuchli, das du verwirfst. Ja. Ist das wohl gesehen? Wo es geheißen hat, in New York, Dürfen nur noch Hunde ÖV fahren, die in einem Gepäckstück oder Sack transportiert werden können. Ah, habe ich nicht gesehen. Aber ja. Also... Wieso? Weisst es nicht mehr, nur noch diese sind gratis? Weil das würde Sinn machen. Die anderen dürfen nicht. Genau. Okay. Auch wegen Platzgründen. Soll ich googeln das mal? Ah, vielleicht so eine Platzangst und dann eine Attacke. Hast du nicht zugelassen, oder? Bist du abgespaced? Ist er? Willst du gleich ein Promptonym bestellen? Christoph, willst du das Promptonym bestellen? Er hat sich schon eine Route rausgeschrieben, wo er das zum ersten Mal gar braucht. Also, gib mal hier New York, Subway, Dogs, Bags. Halbwissen wird hier sofort fact-checked. Nein, im Gegenteil. Es wird eher zu Halbwissen gemacht. So, jetzt machen wir irgendeine lustige Diashow oder so. Hört sich sehr langsam. Also, weisst du, in der Schweiz, ich habe selber nie einen Hund gehabt. Muss man immer ein Ticket für einen Hund haben? Oder gibt es auch Regeln? Weisst du das? Ähm, man muss es immer haben. Immer ein Ticket. Ah, vielleicht gibt es natürlich auch... Wenn sie aber in Taschen sein, der ist vielleicht auch nicht. Genau, wenn du so eine Chihuahua im Ohr hast. Das Internet ist... Das Internet ist... Das ist natürlich... Die Dropbox tut noch irgendwie 100'000 Daten abgleichen und... Doch, ich sehe es ja. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ah, okay. Also, auf jeden Fall läuft es. Auf jeden Fall. Es waren nur ein paar Bilder. Ja. Und dann... Banned Dogs. Unless they fit. Aber wirklich... Also, die... Die Seite oben sagt es schon, dass das stimmt. Residents got creative. Das ist der Aspekt, der mich interessiert. Das war jetzt eigentlich das Coole daran. Vielleicht, wenn man jetzt... Ja, wenn man genug Menschenkleid dran hat... Ah! Ist es nicht mehr Hund mehr? Aha! Unless they fit in den Berg, das ist einfach ein riesen... Ja, okay. Mein Liebling ist wirklich so ein... Auch in einem Ikea-Sack. So ein Golden Retriever. Ja, okay. Riesenseck kann man auch mitnehmen. Ja, natürlich. Das heisst, sie haben es dann... Je nachdem... Das ist jetzt nicht so kreativ. Das ist einfach ein Sack. Das ist wirklich... Das ist wirklich... Ja, das stimmt. Aha! Das ist vielleicht so, als hätte man gar nichts dabei. So. Ja, okay. Okay. Du siehst, das ist... Da wird es schon sehr tarnig, oder? Ja. Ja. Also alle, die das jetzt nicht sehen, sondern nur hören, man sieht hier einfach Hunde... Hunde in Ikea-Säcken und Rucksäcken und was weiß ich. Aber zum Beispiel, meine Mutter hat für ihren Hund jetzt tatsächlich einen spezifischen Rucksack gekauft, den der Hund drin hatte. Okay. Einen spezifischen Hunden-Rucksack. Der sieht gut aus. Der gefällt mir. Auf einem Toat-Bag. So eine... Was ist das? Das ist fast ein Husky. Das sieht so aus. Wann würde er zu einem Gerichtstermin? Ja. Als Chefrichter. Ganz schick. So, heute gehe ich wieder... Sehr schön. ...ein paar französische Bulldoggen verurteilen. Oh gut. Siehst du so etwas in diesem Stil? Ja, ja. Das sind wirklich so Rucksäcke, die für Hunde gemacht sind. Ich sehe es. Aber es ist geil, dass... Bei einem Velo... Hey, ich weiss wirklich nicht genau, was die Regeln sind. Aber ja, die ist einfach so. Man muss... Und ich habe so lange, wenn ich gewusst habe, ohne Sack dabei gehabt, dann hat er irgendwann einmal gesagt, ja, für das Velo... Hey, man darf... Wahrscheinlich einfach... Ich weiss wirklich nicht, was die Regeln ist. Aber so wie ich es verstanden ist, solange man sieht, dass es ein Velo ist, muss man ein Bilet haben. Das ist doch geil. Aber klar, es muss ja irgendeiner mehr die Regeln geben. Sonst geht es ja nicht, oder? Ja, das stimmt. Hey, ich finde immer beim öffentlichen Verkehr, ich wäre so wie für mehr... Wie soll ich sagen? Ich finde... Ich finde... Ähm... Die Kundschaft. Respektive. Ich. Du und ich. Und wir alle. Es ist einfach so wie... Es wird immer wie teurer und der Service wird... Nicht besser. Nicht besser, genau. Im Gegenteil. Früher konnte man doch noch im Zug locker ein Bilet lösen, oder? So gegen 5 Franken aufpreisen oder so. Und jetzt... Das ist einfach gestrichen. Wenn jetzt dein Bilet eine Minute zu spät lösen ist, gibt es einfach eine fette Buesse. Und ich finde so wie... Hey, ich bringe es doch manchmal nicht so ganz zusammen. Ich finde ein bisschen mehr so wie Kundenfreundlichkeit. Ich finde auch Katastrophe, dass es Wägelchen nicht mehr gibt. Ja, hey... Also Katastrophe finde ich nicht mehr, das hat sich einfach wirtschaftlich nicht mehr gelohnt. Aber ich finde, dort ist doch noch ein Unterschied zwischen Sachen, die nicht wirklich für sie nicht mehr aufgehen und dann einfach Sachen, die wirklich aktiv gegen die Kunden geschafft wird. Okay, ja. Aber ein bisschen Serviceaspekt. Ja, ja. Aber nein, absolut. Im Deutschen kommt noch jemand vorbei. Ja. Oder du kannst sogar an Platz bestellen. Du kannst sogar an bestellen. Kannst sagen, ich hätte gerne Chili con carne und einen Milchkaffee. Und den brauchst du auch, weil du kommst fünf Stunden zu spät. In Dänemark bin ich immer gesehen, da haben sie so in einem Rucksack so Kaffee dabei gehabt. Also aus einem Schläuchli. Das ist serviert. Das gibt es. Achtung. Mein Vater hat in der Raclette stand und da geht es immer am Weihnachtsmart und an der Herbstmasse. Und am Weihnachtsmart läuft einer rum mit einem Rucksack. Das ist der Refiller. Und der hat auch für die Glühwe in dem Rucksack drin. Und dann auch da so auf der Seite in so einem Schläuchli. Ja, das finde ich sehr cool. Was ich jetzt wirklich ganz krass fand, wenn du gesagt hättest, dann kommt so ein Raclette aus dem Schluch raus. Mhm. Kann rauslaufen. Nein, im Winter, also am Weihnachtsmart ist der Glühwe fast wichtiger als ein Raclette. Noch ein Raclette. Wahrscheinlich könntest du es machen. Wahrscheinlich schon. Einfach sehr heiss am Rücken. Nein, weil die sind thermosgeschützt. Also der Glühwe kommt auch brätend heiss raus. Ja. Es gibt auch für Bier das Umgekehrte. Ja, genau. Das habe ich auch schon gesehen. Das ist aber natürlich sehr aufwendig. Weil Kielen ist schwieriger als auf die Heissbäute. Okay. Es müsste ja gekühlt bleiben. Mhm. Und das dann wieder runterkielen ist schwierig. Okay. Und den Druck brauchst du ja auch beim Bier. Beim Raclette auch umso richtig. Richtig. Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? So? Wie soll man denn jetzt den Eracklet im Zug kriegen? Ja, ich sehe es. Nein, also ja. Wir hätten hier gute Ideen für Verbesserungsvorschläge. Also das ist jetzt unser Aufruf an die SBB. Sie sollen doch mal für effektive Optimierung vom ganzen Bahnbetrieb geben. Sie sollen doch mal uns fragen. Voll. Absolut. Wir hätten hier zwei gute Ideen. Jetzt ist dann sicher bald wieder... Was haben wir? Doch, jetzt kommt bald wieder der Fahrplanwechsel. Da freue ich dich auch immer sehr. Stimmt. Dass jetzt etwas zwei Minuten früher abfährt als vorher. Ich muss wirklich sagen, ich bin eben nicht mehr so viel mit dem ÖV unterwegs. Ich bin langjähriger GEA-Besitzer und jetzt habe ich jetzt schon viel mit dem Auto unterwegs. Hey, es hat wirklich einfach damit zu tun. Hast du gute Reifen? Die besten. Okay. Bei mir kommen nur die besten. Schliermer Reifen. Yes. Aufs Fahrzeug. Nein, ähm. Wir sind jetzt wieder auf Tour und dann ist einerseits immer das Bandmaterial. Ja. Plus, wir sind, wie vorher schon kurz erwähnt, Anfangstour... Nein, nicht Anfangstour, Anfangs... Anfangs... Karriere. Ähm. Sind wir oft mit ÖV unterwegs gewesen. Ja. Und dann, es wird halt einfach ein bisschen asozial mit dem letzten Zug. Und das ist auch ein weiterer Punkt. der müsste einfach später sein. Oder der dürfte es eigentlich gar nicht geben. Aber dann ist schon Konzert fertig. Also, äh, merci, tschüss. Und dann absäcklen. Ist einfach nicht so cool. Und darum... Hey, ja, ist schon so... ähm... Ist nicht nur komfortabel, sondern eigentlich einfach nötig. Man kann es ja ein bisschen anders sagen. Das Auto ist einfach nötig. Weil... Im aktuellen Solo habe ich sogar eine Joke über das. Weil es geht ja dann auch in der Schweiz sehr schnell. Und du spielst an einem Ort, wo du keine Ahnung hast, wo sie sind. Und noch nie von denen gehört hast vorher. Ja. Aber es ist... Die utopische Vorstellung, dass man einfach in einem Zug sitzen kann, in Luzern am Bahnhof aussteigt, zwei Meter zur Location läuft, dort seine Show macht und dann wieder geht. Das ist einfach nicht wahr. Das stimmt natürlich nicht, ja. Aber ich finde eben, hin kommt eigentlich fast immer. Aber zurück? Zurück? Zurück hast du dann einfach dreimal so lange? Ja, ja, voll. Ja, wenn überhaupt. Ja, ja, das ist eben schon so. Nein, voll. Darum nicht mehr so viel mit dem Zug unterwegs. Aber ähm... Also viel unterwegs natürlich. Ja. Nach wie vor. Gut, kommen wir mal zum zweiten Feelgurt. Zweiten Feelgurt? Ja, aber das passt eigentlich super. Wirklich, dass wir wieder auf Tour sind. Wir sind darum... Es ist jetzt wirklich lange Konzertpause gewesen. Und... Jetzt sind wir wieder mit der ganzen Band unterwegs. Und... Gerade vor letzten Woche haben wir dann in Chur gespielt zum Beispiel. Das war echt so einen schönen Moment gewesen. Ich schätze das wirklich, je länger, desto mehr auf eine Bühne zu gehen und irgendwie mit einem Publikum zusammenzutreffen. Also die Band und das Publikum und wir kommen irgendwie so alle zusammen. Und dann entsteht auch dort so etwas, wo ich einfach... Je länger, desto mehr Freude daran habe und so gerne Teil davon bin. Und in Chur war es aber so schön, dass es ein langer Samstag hat es geheissen. Es ist so wie eine Museumsnacht, wo einfach die ganze Nacht passiert so wie Zeugs. Und dann haben wir dreimal eine halbe Stunde gespielt. Es ist tatsächlich ein kleiner Steady-Gig im Verlauf von einem Oben. Und es war echt so schön. Dann kommen auch irgendwelche Leute rein. in der Werkstatt war das in der Werkstatt. Super Location. Super Location. Nicht mega gross. Aber es war gestopft voll. Dann kamen alle Leute dort. Dann gehst du auf die Bühne und dann passiert einfach etwas. Und ich finde das wirklich... Früher hatte ich wirklich Lampenfieber und alles. Aber jetzt unterdessen finde ich das einfach grandios. Es ist einfach richtig schön. Ja, und ich glaube, was sicher noch speziell ist bei dir, weil du ja in den verschiedensten Arten und Wiesen auftrittst. Mal ist das Trio, mal bist du ganz allein, mal ist es bei der ganzen Band. Die kann ja auch noch sehr definierbar sein, wie viele Leute da dabei sind. Stimmt. Ähm. Bin ich, bin ich manchmal neidisch auf die, ähm, auf die Vielfältigkeit, die du kannst haben. Mit einem Bandgefüge. Genau. Ja, hey, ich habe schon viel von dem gehört. Von der, ähm, Neid. Von Comedians. Auf Musikschaffende. Ja, das ist, das ist allgemeins Thema. Das ist so. Ähm. Weil man sich voll verstehen kann und ich glaube, dort kommt es ja vielleicht teilweise auch so klein her, ist das natürlich als Musikschaffende, ähm, kann man wie, man kann natürlich das Leben lang denselben Song spielen. Ja. Und die Leute haben immer Freude. Und ich nehme an, du musst halt immer wieder dir neues Zeug überlegen. Ja, aber ich glaube, der grosse Unterschied ist, wir, wir haben auf der Bühne das Gefühl von, ich habe jetzt gerade etwas entdeckt. Das ist bei der Musik weniger. Mhm. Sondern du tust dir vorher überlegen, das stimmt. Und dann hast du die Ohrwurm und läufst mit dem herum und dann sagst du, okay, das muss ich jetzt... Ja, aber schreibst du Witz auf der Bühne? Das auch. Aber vor allem hast du, vor allem hast du direkte Impact. Ja. Du tust eigentlich in dem Moment Gold finden. Du hast es dir vielleicht im Vorfeld überlegt. Mhm. Aber du tust... Aber ich würde jetzt sagen, mit der Sohle geht die Show so ein bisschen in die Richtung. Also wie, dort bist du ja auch eben sehr im Moment. Und probierst irgendwie so ein bisschen herauszufinden, wie weit kann man jetzt heute gehen? Ja. Und so und irgendwie... Aber die Leute lachen nicht. Das ist... Das stimmt natürlich. Hoffentlich. Hoffentlich, genau. Ähm, ja. Ja, das stimmt. Aber jetzt das mit dem Banding, das habe ich mir noch nie überlegt. Aber ja, das stimmt natürlich. Also ich finde es natürlich, die Vorstellungen finde ich immer so romantisch. Ja. Das eben, getting the band back together. Ah, da sind wir wieder. Schau mal. Und dann sind wir in dem Backstage und irgendwie... Alle haben ihre Insider-Jokes, die sie seit 15 Jahren haben. Hey, und das ist wirklich einfach so. Also das muss jetzt wirklich... Ich muss sagen, das ist einfach sehr schön. Also das ist in dem Fall nicht... Das romantisierst du überhaupt nicht, sondern das ist wirklich so. Eben. Und darum glaube ich, ist es natürlich umso schöner, dass das so eine Tour startet. Ja, das stimmt. Ja. Es gibt dann einfach gerade so eine... Obwohl du in Chur, in der Werkstatt bist, gibt es so ein Gefühl, von Hause zu kommen, oder? Ah, da sind wir wieder. Ja, ja, genau. Voll. Ja, und es ist schon auch immer... Also hey, aber so ein bisschen ein Team... Wird es dann vielleicht so ein bisschen sportlich vielleicht? Wird es so ein bisschen das Team-Ding halt irgendwie? Wir sind ja dort dann zusammen auf der Bühne. Und ich nehme an, also das ist ja bei dir sicher auch so. Ich finde ja, auf einer Bühne stehen ist halt einfach... Ich habe das Gefühl, das löst schon gewisse Urängste in uns Menschen aus, weil du dich halt einfach in die krasse Unterzahl begibst. oder? Und so wie... Also jetzt im Ernstfall hättest du verloren. Also auch wir als Band hätten natürlich keine Chance. Aber wenn wir es dann eben durchstehen, oder? Und vielleicht sogar so wie das Publikum mitreissen und auf unserer Seite haben, fühlt es sich natürlich umso besser an. Ich glaube, das ist ja auch der Unterschied zwischen Musik und Comedy. Du siehst dich auf der Bühne in Unterzahl gegenüber den Leuten und ich sehe mich natürlich als der absolut narzisstische Machthaber. Ja, aber wenn es hart auf hart würde kommen, hättest du ja keine Chance. Ja, aber das ist... Du willst auseinandergenommen. Ja, Trump auch nicht. Also weisst du... Ja, okay. Nein, natürlich hast du recht, aber es geht nicht mal in den Kopf hinein. Sondern... Du denkst... Ich sage immer, ich habe ja sogar ein Mikrofon. Also weisst du, mehr Macht kann man gar nicht haben. Aber schau, wenn ich jetzt die drei Reihen würden entscheiden, dann brauchen wir jetzt dann beide die Beine. Dann wäre es wahrscheinlich so. Ja, also sehr sicher. Also ganz sicher. Vielleicht kannst du noch jemandem mit dem Mikrofon in die Nase stoppen. Pimm! Einmal rumschwingen. Genau. Abstand! Hallo! Hey! Pass auf! Dann kommt mir KW machen! Ah, schön. Ich stranguliere die mit meinem Kabel! Genau. Und vor allem, weil es ein altes Kabel ist, poppt es eh gerade raus. Der Mikrofonständer wäre wahrscheinlich fast effizienter. Ja. Jetzt, wenn ich mir das recht überlege. Ich habe nicht die dummen Galgen. weil die die hebe nie. Ja, das stimmt. Und die mit dem schweren Gewicht unten, die möchtest du auch mit denen würdest du dich selber erschlagen. Mit denen könntest du einmal führen und es würde wieder zurückspicken. Wie mit den Alten. Wie die alte Elvis Performances. Ja. Genau. Ja. Ähm. Ja. Hey, eine Band ist etwas Grandioses. Ich kann es dir nur empfehlen. Probiere es mal aus. Ich habe ja schon ganz viele Ideen gehabt. Ich wollte ja mal Jazz und Comedy verbinden. Also, was wir eigentlich das letzte Mal, als ich hier war, besprochen haben. Und ich glaube, niemand von uns hat es halt wirklich durchgezogen, leider. Wie es oft ist mit den besten Ideen. Ähm. Du wolltest ja eigentlich ein Programm machen. Wie war es? Mit nur Lachen. Das habe ich mir gewünscht von dir. Dass du mal eigentlich alle Wörter weglassen und nichts mehr sagen auf der Bühne, sondern nur noch Lachen. Genau. Es geht in Form von Lachen. Genau. Und dann ist aber, ich glaube, deine Idee war doch irgendwie du würdest... Wie ist es jetzt gegangen? Du würdest irgendwie Songs... Oder du würdest dann Skaten... Genau. Deine Bits würdest du ins Gat präsentieren? Genau. Ja, so ist es gewesen. Hast du auch nie gemacht? Nein, aber ich bin mal kurz davor gewesen, als ich im Zug, gibt es einen tollen Jazz-Club, das Hidden Harlequin. Okay, nie gesehen. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Ähm... Und Rob Spence, der ist ja verzogen, der ist da rein gelaufen und hat gefunden, geil, da könnte man sicher eine Comedy machen. Dann hat er so ein bisschen ins Leben rufen, dass es ein Open Mic gab, hat auch gespielt. Papa, zu da sonst. Ähm... Ich habe schon Solo gespielt. Ah, da siehst du die Bühne. Oder jetzt nicht mehr. Aber äh... Dort habe ich natürlich gefunden, wo ich an das Open Mic bin, das war ein englisches Open Mic gesehen. Mhm, okay. Da habe ich gedacht, jetzt könnte ich eigentlich die fünf Minuten, wo ich die Zeit habe, könnte ich jetzt einfach skatten. Das wäre gut gewesen. Ja. Aber, ich sage dir jetzt ein kleiner Aber ist gewesen, meine Freundin ist noch dabei gewesen und es wäre ein bisschen peinlich gewesen von ihr. Weisst du, wie ich meine? Ich sage immer... Das sind so die Sachen, die musst du allein machen. Ja... Und dann erzählst du es nachher? Ja, du hast recht. Also ich kann es voll verstehen. Aber das ist genau das Ding beim Skatten, Man darf sich wirklich nicht ernst nehmen. Nein, das ist mir klar. Das ist mir klar. Das ist mir klar. Ich bin auch absolut schmerzfrei, aber ich wollte ihren Open nicht ruinieren. Aber das kommt noch in diesem Fall. Das kommt noch. Hey, irgendwann würde ich mal in einem Jazzclub auftreten und würde alles geben, sagst du. Das ist gut. Ich freue mich darauf. Nein, die wirkliche Idee wäre gewesen, weisst du so, der Jazz Campus Basel hat ja Weltklasse-Locations. Das sieht ja grossartig aus. Und ich habe immer so gedacht, irgendwann mache ich mal mit so einem coolen Jazz-Trio. Mhm. Die spielen. Und ich bin nicht ein Gesangsteil, sondern ich bin ein Spruchteil davon. Mhm. und ich bin einigermassen ersichtlich im Moment, wo ich jetzt schnell etwas sagen kann. Und dann erzähle ich halt Jokes und so. Und dann... Zur Musik? Ja. Dann ist natürlich gerade ein bisschen ruhiger Teil. Okay. Es müsste wie ersichtlich sein, wenn das so ist. Und dann denke ich immer, das ist eine Bombeidee. Und dann denke ich so, wie verkopft kann es sein? Wenn du schon nur, bis du das erklärt hast, dass überhaupt jemand das gut schauen kann, ist glaube ich schwierig. Hey, also... Also ja... Es würde eh funktionieren. Weisst du? Es wäre so wie ein Hörspiel mit Live-Beglätung. Ja. Du hast deine Band. Voilà. Eppe! Ja, weisst du? So... Genau. Dann würdest du irgendetwas sagen. Richtig. Ja. Und dann geht es irgendwie... Genau, wenn du redest, wenn du nur so... Ja. Genau. Wenn du nur noch zu näher und dann sagst du irgendetwas... Genau. Und dann... Dann bring ich es als Vinyl raus. Nice. Aber das wäre richtig gut. Also ich finde jetzt, im Unterschied zu unseren Lachideen vom letzten Mal... Wenn wir ehrlich wären gewesen, hätte man auch den jetzt schon sagen können. Schwieriger. Ja. Aber das musst du unbedingt machen. Gut. Wirklich? Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste das machen. Also hätte es wahrscheinlich auch schon gegeben, aber ich wüsste es gerade nicht, wer. Und darum... Also mach das doch. Weisst du wie geil. Mit einem Jazz-Trio auf Tour. Ja. Und ähm... Ich fände das grandios. Fändest du geil? Ja. Ich fände es immer noch geil. Das wäre super. Das sind so genau die Sachen. Das sind so die Gedanken für, wo du dann einfach immer so mit dir rumtreibst. Ich finde es super. Es bräuchte einfach wie so einen Impuls. Ja. Wie zum Beispiel, wie es der James Grundsam sagt, man sollte das jetzt mal machen. Ja, also... Ja, und wenn du ähm... Musiker brauchst, läufst du mir an. Ich würde dir ein paar Leute empfehlen. Das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut. Okay, also... Ich weiss. Du weisst... Mindest du musst einmal kommen, damit ich das eigentlich mal an. Ja, sicher. Ich muss hier kurz ein Skettil ankommen. Oh mein Gott. Das ist dann das Schöne, ja. Du kannst natürlich dann... Weisst du wie? Du kannst jeden Abend noch jemanden einladen, der noch etwas kommt, zu singen. Weisst du, mit der Band. Eieieieiei. Eieieiei. Nein, du hast gebucht. Eieieieiei. Das ist ja... Vor allem gehen wir dann nicht bei den Locations. Das gibt es gar nicht. Dass dort mal Comedy überhaupt stattfindet, das ist gar nicht möglich. Ja, und umgekehrt natürlich auch, weisst du? Es kommt endlich mal Musik in die Comedy-Kauer. Ja. Szene. Ja. Aber... Als Musikschaffender ist man... Also in Kauer, das kann man. Das... Das glaube ich. Das kennt man. Das ist wieder eine sehr klare Verbundenheit. Stimmt. Ich glaube, dir geht auch zum Auftreten vielleicht mehr in Kauer. Und dir müsst halt im Kampf fast leben, ja. Die kommen manchmal zum Auftreten aus dem Keller raus. Ganz selten. Gut. Also... Wolltest du noch etwas sagen zu der Tour? Zu meiner Tour? Ja. Zu dem Wildgut? Ähm... Aha, nein. Also ich wollte einfach sagen, dass sich das richtig gut angefühlt hat. Ja. Und es ist schon so... Hey, ich finde schlussendlich... Ähm... Ist es ja dann auch gleich... Ich denke manchmal, weisst du... Also ich mache ja mega gerne Musik und ich liebe Musik über alles. Aber dann ist es ja auch ein Beruf. Mhm. Ja. Und so die Momente, wo sich das richtig gut anfühlt, die sind ja gleich nicht die ganze Zeit. Sondern halt immer wieder mal. Ja. Und dann finde ich jetzt eben wirklich so... Es ist echt so einer von diesen Momente, wo ich so fand, es ist so schön, auf dieser Bühne zu stehen und irgendwie die Leute kommen. Und von dem, ja... Also was ich noch mal zu sagen, ist einfach alle, die das hören, kommen dann ein Konzert von mir. Wir sind unterwegs. Ja, das hätte ich auf jeden Fall auch noch gesagt. Also wir machen auch links unten ein, ne? Sehr schön. Ist immer ein Highlight, ein Konzert von dir zu sehen. Darum switche ich ja dann auch auf Baseldeutsch, weil wir sind ja in der Kupple in Basel. In der neuen Kupple. Ja, eben. Ich freue mich richtig drauf. Ich bin sehr gespannt. Von aussen sieht es gut aus. Was du gerade gesagt hast, ist sehr stellvertretend auch für so ein bisschen meine Lebensphase, dass von aussen die Leute zum Teil nicht verstehen können. Was lachst du jetzt noch? Ah, ich meine, von aussen sieht es gut aus. Aha! Nein, nein. Genau. Die Leute nicht kennen. Von aussen sieht super aus. Aber... So sieht es jetzt aus. Ja, schau mal das auch. Es könnte auch eine Freikirche sein. Das stimmt, aber wenn ich gehe in Teano, kommt mir noch so ein bisschen... Genau. So etwas. Ja, das stimmt. Ein Tempo. Ein Tempo für die Popmusik. Irgendwann haltet der Tom Cruise dort eine Rede. Nein, sondern dass von aussen zum Teil nicht verständlich ist, dass wenn etwas ein Beruf wird, dass es nicht nur die grossartigen Momente konstant gibt. Ja. Sondern dass man irgendwann sich auch ein bisschen diese Momente holen muss, wo man sagt, wow, wie geil ist das? Weil am Anfang bist du so in einem Film und es gibt so viele Firsts und du bist die ganze Zeit so wow, wow, wow. Und du gehst davon aus, dass das immer so wird sein. Und dann auf einmal ist es zehn Jahre später und du denkst, das ist nicht ganz so und das ist... Und es wird halt einfach so einen Plan wie heute machen, zum Reifenwechsel mit dem Faltvelo... Dann habe ich das grosse Glück, dass mir das eben sehr viel Spass macht, so Pläne zu schmieden. Eben. Vor allem wenn sie dann aufgehen. Eben, dann macht man das und dann freut man sich auch bewusst ab dem, oder? Ja, das stimmt. Hey, ich würde jetzt... Also spontan würde ich sagen, wahrscheinlich... Weisst du, die Freude ist etwa gleich viel, als wenn es ein Hobby war. Ja. Und der ganze Aufwand, der dazukommt, ist das, was nicht unbedingt Spass macht. Es klingt jetzt fast etwas traurig. Aber hey, ich sage auch immer... Und das meine ich eigentlich schon ernst. Ich finde immer, Musik mache ich für mich, aber ein Album mache ich für ein Publikum. Ja. Und das ist wirklich auch so. Ich finde so wie, ein Album ist so viel Arbeit. Und ich würde schon behaupten, meine intensivsten Momente mit der Musik und auch jetzt mit der Musik, die jetzt auf dem neuen Album drauf ist, ist so wie dann, was entsteht. Dann, wo ich das erste Mal irgendwie an einem Morgen am Klavier sitze und so etwas rumdrücke und dann fliegt mir so eine Idee zu. Und dann nehme ich das irgendwie auf, mache ich ein Sprachmemo und höre es dann in katastrophaler Qualität und mit Nonsense-Lyrics. Aber ich finde das dann so gut, dass ich einfach finde, hey, die Idee ist so grandios. Da lohnt es sich jetzt, 100 Stunden Arbeit reinzuinvestieren. Und dann machst du das und es ist dann wirklich Arbeit. Es ist einfach Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wo klar, jetzt nicht nur anstrengend ist, aber schon einfach auch anstrengend ist. Also das muss man schon sagen. Das ist ja dann die Leistung dahinter. Genau, voll. Ich glaube, das Kreative ist bei kreativen Leuten nicht so das Problem, sondern das Kreative dann… Ja, die Anstrengung. Genau, in Anstrengung und Arbeit umzumünzen. Ja. Weil, ich meine, ich liebe es, wenn du mal irgendeinen Reel rauf haust, wo du eben so einen kurzen Kreativ-Anfall hast, dann denke ich immer so, wow, wie geil wäre das so ein Lied. Auf TikTok neuerdings, genau, mache ich einfach die, ja. Und dann denkst du so, ja, aber die Arbeit ist ja, aus dem Lied zu machen, oder? Ja, voll. Dass dir die Melodie irgendwie und dass dir die Akkordfolge irgendwie gerade gepasst hat und dass du irgendwie gerade im Flow bist. Genau. Ich denke immer, wie kriegt man das an, dass es vielleicht nicht so viel Arbeit in der Musik ist, dass man das so ein bisschen… Ja, aber das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine von den Fragen, die ich für mich, glaube ich, noch nicht final beantworten konnte. Oder wo ich so, hey, wirklich noch ein bisschen auf der Suche bin. Weil ich finde eben auch, so das Unbeschwerten, ähm, was ich oft habe, so in den ersten Momenten, weil wir eben nicht so ernst sind. Also im Idealfall könnte ich eben das auf einer Art und Weise schon festhalten, dass es dann eben, dass das gerade schon auch das Endprodukt könnte sein. Ja. Ähm, ja, hey, also ich arbeite daran. Ich glaube schon, aber jetzt habe ich schon wirklich ein Studio zu Hause, wo man jetzt schon gescheite Aufnahmen machen kann. Und dann, hey, es müsste, glaube ich, einfach immer laufen. Also so klein wie hier halt, Mikrofon, äh, Kameras müssen alles fix installiert sein. Und dann, hockst du einfach hin und probierst Sachen aus. Und wenn es dann kommt, äh, hast du es schon aufgenommen. Ja. Und musst nicht erst aufnehmen. Weißt du das gesehen? Es gibt einen Musiker, der gesagt hat, äh, die Aufnahme muss schon, muss schon laufen, wenn ich mit dem Auto, mit Garage fahre. Ja. ABR. Always be recording. Ja. Hey, aber ist schon ein bisschen so. Also weißt du, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt, ähm, wenn es jetzt heisst, ah, äh, äh, super Gespräch gewesen, leider nicht aufgenommen, mach jetzt nochmal. Wäre ja Horror, oder? Und, äh, also ja. Wäre ja. Und, ähm, so, würde ich es selber machen, ach nee. Genau. Dann hatten wir beides das Gefühl gehabt, jetzt ist es wirklich für nichts gesehen. Ja, oder es wäre, es wäre, wir hätten dann halt umso mehr das Gefühl, dass jetzt so gut war, ich vore her, weißt du? Ja, absolut. Und so gut kann es nie mehr werden. Obwohl, das finde ich noch, bei Gesprächen ist es schwierig, weil es zwei Leute mindestens betrifft, aber John Cleese hat das mal gesagt, er hat mal irgendein Skript verloren und hat sich halt wirklich gemessen zwingen, das jetzt nochmal zu schreiben. Und dann hat er in seinem Chaos, hat er das alte Skript wieder gefunden und dann hat er verglichen und dann gemerkt, das neue ist so viel besser gesehen. Nein, aber weisst du schon, ich würde schon sagen, meine Ur-Demo-Sprachmemo-Aufnahmen, ich glaube nicht, dass die besser sind als die finalen Versionen auf dem Album, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, so wie die Essenz und das, was mir wichtig ist, das ist halt dort auch schon rum. Aber ja klar, das wäre ja eine Katastrophe, wenn du dann alle Arbeiten imnestierst und dann ist es wirklich nicht besser. Nein, das sowieso. Also ja, ich glaube einfach, es wird immer so ein bisschen allgemein gültiger. Ja. Oder ich habe so das Gefühl, die Sprachmemos sind für mich super, weil ich einerseits schon genau das spüre und wie weiss, was ich in diesem Moment sagen möchte oder ausdrücken. Und andererseits, weil ich natürlich schon die ganze Band höre, auch wenn die noch gar nicht spielt. Aber für mich ist sie ja wie schon rum. Aber ich glaube, für viele, also es halt wie einem grösseren Publikum zugänglich zu machen, hilft es halt, wenn es dann wirklich auch dort ist und wenn man es sich nicht mehr vorstellen muss. Aber Sprachnachrichten schickst du nicht mehr. Nein, also zu Geburtstag mache ich es manchmal noch. Wirklich? Aber nein, genau, so etwas wie der Skat-Chat hätte es leider nicht mehr gegeben. Legendär gewesen. Legendär. Sorry, ich störe schnell, aber es ist auch mein Podcast, also störe ich, wenn ich will. Und zwar sind die letzten Termine von meinem Solo-Programm Zero online. Geht jetzt schauen auf meiner Webseite www.joel-vomutzenbecher.ch. Kauft Tickets und kommt vorbei. Es wird bombastisch. Gut, kommen wir zum, ist es das dritte schon? Das dritte Feelgurt. Mein Lieblingslied im Moment, das können wir natürlich jetzt nicht anlaufen, aber ich darf mich mal singen. Darf ich es schon klein hören? Lassen wir mal den Text wegzudingen. Also es heisst, der Song heisst Compromise. Der Künstler heisst Role Model. Grandiose. Kenn ich nicht. Artist Name. Ja. Und ein Lied geist. Und ein Lied geist. Das hat es, glaube ich, jetzt nicht mal gestimmt. Das ist auf jeden Fall einfach ein richtig gutes Lied, das ich im Moment sehr gerne höre. Das ist mein Lieblingslied im Moment. Und es ist natürlich... Ja, schau, da sieht man ihn. Oh wie? Ähm, ja, aber du stellst dir jetzt etwas... Wenn du das Bild anschaust, dort links unten mit dem... Ja, das finde ich aber nicht repräsentativ. Nein, aber dann stellst du dir etwas Falsches vor. Ich glaube, dir würde das sehr gefallen. Ich glaube auch, wenn wir jetzt nicht... Wenn wir jetzt nicht auf YouTube gehen, sondern einfach so fünf Sekunden reinhören, ich glaube, das geht zitatrechtlich. Aber dann müsste man eigentlich auch in Musik von dir drinhören. Es fängt einfach so schön mit einer Gitarre an. Es ist sehr gemütlich. Ja, aber eigentlich... Wenn du Musikstil, würdest du jetzt das nennen? Ich sage fast zu aller Musik Pop, aber ich weiss es wirklich nicht. Ich weiss es nicht. Finde ich eigentlich schlimm. Aber dass ich eigentlich dich fragen wollte. Ja. Und also der Feelgood Moment ist einfach, weil es ein gutes Lied ist, das ich gerne immer höre. Aber ich liebe es, wenn... Es ist jetzt eigentlich schon abgeschlossen. Aber ich liebe es, wenn Musik als Thema... Achtung. Aber wirklich, ich will nur schnell den Anfang mit der Gitarre an, damit ich weiss, was herangeht. Und nachher höre ich es. Das ist etwas Falsches. Nein! Compromise heisst der Song. Ja. Jetzt. Okay. Nachschau, nachschau. Und es dürfen wir dann nicht abspielen, gell? Du du. Juhu. Hey, meine Frage an dich wäre eigentlich, äh, die letzte Kompromisse. Wann bist du das letzte Mal Kompromisse eingegangen? Wow. Jetzt wird es so. Jetzt wird es so. SF3-Fokus, oder? Ja, fach. James. Wann bist du das letzte Mal Kompromisse eingegangen? Hey, aber ich finde es so spannend. Ein Kompromiss. Ich habe jetzt die ganz einfache Ausrede, dass ich mit meinen Kindern natürlich, und ich erzähle dir das jetzt, damit du kurz Zeit hast, um eine Antwort zu geben, mit den Kindern ist man natürlich die ganze Zeit auf Kompromissbasis. Also, ja, eigentlich jeden Tag x-fach. Das ist gemein, weil das darf ich natürlich jetzt nicht stehlen. Ich habe keine eigenen Kinder, aber ich habe trotzdem viel mit Kindern zu tun. Und du müsstest jetzt etwas sagen, ja, die letzte Kompromisse, wo du eingegangen bist. Und dann kannst du auch noch sagen, ob es für dich aufgegangen ist, oder nicht. Es ist lustig, weil ich gerade über das überlegt habe, bei einem Kollegen, der kreativ so etwas wie Kompromisse eingeht, und ich dann so dachte, ah, lustig, das habe ich nicht müssen. Der Kompromisse eingehen? Ja. Also Kompromisse, würde man es definieren als, man bekommt nicht genau das, was man will, aber man fängt sich gleich damit ab, das ist so wie okay, oder? Genau. Ja, man trifft sich in der Mitte, so nenne ich es immer gerne, oder? Genau, ja. Und das habe ich immer als Beispiel genannt bei Lohnverhandlungen. Dort, 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 da gehst du immer Kompromisse ein. Weil, da ist ja eigentlich, da ist ja eigentlich nie das, was du sagst. Es ist komisch, wie sie immer sehr, sehr, sehr stark, das, was sie sagen. Eben, das ist wie mit den Kindern gestern wieder. Noch zehn Gabeln. Eine. Äh, noch fünf. Zwei. Auf drei Gabeln haben wir uns nicht geeinigt. Für? Was für drei Gabeln? Äh, Gemüse. Es ist um das Gemüse gegangen. Eben, jetzt habe ich gerade gedacht, normal ist es umgekehrt. Normalerweise muss ich eigentlich, du musst sagen, nur noch eine Gabel von, ich weiss doch gar nicht, sauren Spaghetti mit Zucker drauf. Aha, okay, nein, nein. Gut, das ist nicht das Gabeln, sondern nur noch eine. Oh. Also, es ist gemüse noch nicht so, es ist noch nicht so angekommen, für deine Kids. Nein, nein. Nein, nein. Also, es ist ja eh so ein grosses Thema. Ähm, und ich merke natürlich auch deine Ablenkungsstrategie hier, dass du keine Antwort musst geben. Wieso? Ich habe gesagt, Lohnverhandlungen. Nein, das ist ein konkretes Beispiel, müssen wir haben. Konkretes Beispiel. Ja, da kannst du nicht so sagen, Lohnverhandlungen. Also, der, der, der wissen, mit wem, dass du um welche Summe verhandelt hast. Also, nein, ich kann dir jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, bei etwas bin ich momentan wahnsinnig fest am Kompromiss eingehen. Okay. Ähm, ich kann dir nicht sagen, für was genau. Aber es geht darum, dass ich etwas budgetiere für das Projekt. Ah, alles klar. Und, und dort sind wir gerade, es ist jenseitig, was das alles an Kompromiss bräucht. Okay. Das, was eben die Vorstellung ist, von was es sollte sein, und was das K-Söl-Dörf-Kosten, und was die Vorstellung ist von anderen Leuten, was das K-Söl-Dörf-Kosten, und ich auf keinen Fall irgendjemandem will, äh, nicht gerecht werden. Ja, ja, klar, voll. Gehe ich auf meiner Seite, von dem, was es soll sein, wahnsinnig viel Kompromiss ein. Ja, okay. Damit es immer noch das kostet, was es ursprünglich hat. Ja, okay. Macht aber für die, die es dann machen, keinen Unterschied. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil sie kriegen ja für das, was ich ihnen biete, machen sie einfach weniger Arbeit. Ja. Sozusagen. Ja. Du musst sagen, das, was du willst, das würde so viel kosten, sage ich, das kann ich nicht. Also sage ich nicht, dir müssen Kompromisse gehen, machen sie für halb so viel. Okay. Also es ist sozusagen eigentlich auch eine Lohnverhandlung. Richtig. Eben, siehst du. Okay. Gut. Jetzt hat er es ein bisschen detaillierter können sagen. Das ist okay, ist akzeptiert. Nein, wie der Kind ist, Essen ist schon ein grosses Thema. Und ich bin ja auch nicht, ich habe ja ein pädagogisches Diplom. Das sage ich immer wieder. Meine Freundin macht sich dann immer ein bisschen lustig, weil sie findet, ich habe mir das nicht wirklich verdient. Aber ich habe eins und man sollte ja nicht, ich glaube, unterdessen man weiss eigentlich, man sollte mit dem Essen und mit den Kindern, man sollte die einfach machen lassen, so wie sie wollen und so. Aber ich finde dann manchmal schon, also ich tue sie ja nicht zwingen zum Essen. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel, wenn sie sich den Teller voll machen, selber und sie müssen auch nicht ausessen, aber ich finde es geht dann auch nicht, dass sie einfach sozusagen nicht essen. Das finde ich zum Beispiel geht nicht. Spüre Bewusstsein haben, was auf den Teller kommt. Da muss man dann schon ein bisschen, hey eben, da muss man halt ein Kompromiss sein. Eigentlich musst du ja, das Gemüse musst du ja eigentlich als grosses Verbot machen. Du musst sagen, das darfst du gar nicht essen. Ja. Auf keinen Fall Gurken. Vielleicht, ja, wird das funktionieren. Und dann hat es auf einmal das Geilste. Boah, ich könnte so im Versteckten gehen. Mh, Papi, wann gibt es wieder Gurkensuppe? Was ich im Kleinen gelehrt habe, zum Beispiel gerade wegen Gurken fällt mir das ein, du statt einem Kompromiss gibst einfach schon einen Kompromiss als Möglichkeit raus, sozusagen, wenn du sie vor die Wahl stellst. Und das habe ich gemacht, zum Beispiel eben einmal das Menü, jetzt nicht das Ausglügelste aller Zeiten gesehen, sondern hauptsächlich gesehen, irgendwie so Veggie Nuggets. Und dann machst du noch Ketchup dazu. Dann habe ich gewusst, ich brauche noch in irgendeiner Art und Weise Beilage, oder? Ich habe einen Gurkensalat schon gemacht gehabt, den habe ich am Oben vor Ort, hat es den schon gegeben, und ich habe noch genug von dem gehabt. Ja, und dann habe ich der Tochter meiner Freundin beim Zmittag gesagt, jetzt kannst du wählen, kannst du einfach einen Gurkensalat haben, oder eine halbe Gurke einfach so. Und die halbe Gurke einfach so, hat sie es so dumm gefunden, dass sie natürlich das genug hat, oder? Grandios. Und dann lacht, und dann lacht, hat sie mit einem Löffel, hat sie dann die halbe Gurke angefangen auszulöffeln, wie so eine, wie du es sonst machst. Also, ihr habt dann die halbe Gurke gewählt? Yes. Aha. Natürlich. Natürlich, weil das ist, für ein Kind ist ja das dann spannender, was mache ich jetzt mit einer halben Gurke? Aber ist es eigentlich schief gelaufen, in dem Fall? Nein, weil ich an den Gurkensalaten gehst. Aha, so. Also, du hast dein Ziel erreicht, in dem Fall? Ich habe das Ziel erreicht, dass sie Gurken isst, weil, was war der Kompromiss? Aha, ja. Eben, eine Gabel, drei Gabeln, shit, gar keine Gurke, dann ist sie halt gar nichts. Ja, mhm, okay. Clever. So, aber das ist ein Beispiel von hunderten, wo es jetzt mal geklappt hat und sonst nicht. Okay, aber gut. Aber können wir noch schnell zu dem Lied zurückkommen? Äh, Kompromise. Just like photographs and then I'll send it in the past, you know, remember? Irgendwie so geht es, ich habe so schlecht mit Text. Aber... Ich eben auch. Das haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch etwas besprochen, dass, ähm, es gibt Menschen, die sehr textbasiert hören, es gibt Menschen, die sehr emotionsbasiert hören, oder? Ich glaube, schon sehr emotionsbasiert. Ich auch. Und ich finde das super. Also, wenn du jetzt aber das Lied nimmst, äh, Kompromise, und du sagst, das ist für die Idee sehr gut, wie oft, wie oft hörst du ein Lied, wenn es dir richtig fällt? Ähm... Hey, natürlich am Anfang sehr viel mehr als er und jetzt im Moment einfach immer beim Auto fahren. Also man muss auch dort wieder sagen, hey, die Kinder sind bei mir wirklich grosses Thema. In meinem Leben. Mhm. In meinem Alltag. Und bei uns ist es halt jetzt wie so, früher habe ich es irgendwie noch geschafft durchzubringen, die Person, die fährt im Auto, die darf auch sagen, was läuft. Ja. Es ist ja, unterdessen bin ich leider irgendwie gestürzt worden mit meinem Diktaturversuch. Und jetzt ist es so, man darf immer wechselnd, abwechselnd, darf man wie Sachen wünschen. Also ich darf etwas wünschen. Ja. Ja. Dann darf ich sie etwas wünschen. Absolut. Dann darf ich wieder etwas wünschen. Und ich wünsche mir einfach immer als erstes einen Kompromise. Okay. Und es ist immer, es fühlt sich so gut an. Ich weiss auch nicht wieso. Den Song fühlt sich im Moment, ich lasse den wirklich fast jeden Tag. Eben, weil das ist das, was mich Wunder nimmt. Weisst du, das ist natürlich so, ich weiss noch als Teenager, keine Ahnung, wenn ich den Song geil gefunden habe, dann habe ich den 30 Mal an einem Tag gelöst. Und wenn du dann erwachsen wirst und du denkst, wow, das Lied ist es jetzt. Dann merke ich dann, wenn ich am Schluss so meine Statistik anschaue, das habe ich jetzt 20 Mal gelöst. In einem Jahr habe ich das knapp 30 Mal gelöst. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es ist für mich, es ist für mich das Lied. Es ist riesig. Ja. Hey, das hat sich sicher verändert, ja. Aber ich höre sicher auch weniger Musik als auch schon. Das ist sicher so. Und ähm, aber ja. Wenn finde ich es schon immer wieder sehr schön. Wenn einen einen Song abholt und berührt, dass man dann so wie, ja, dass man irgendetwas, keine Ahnung, entdeckt und einem etwas aufgeht. Ich liebe so, ich weiss jetzt wievielten Mal es ist, aber sagen wir es vierten, fünften Mal oder so, wo du ein Lied, du hast es schon. Du kennst es. Initial gehört, du kennst es ein bisschen, aber es ist noch so frisch. Ja. Dass, wenn das eben so das vierte oder fünfte Mal los ist, finde ich so, wow, der Scheiße. Das habe ich gehabt mit einem Nine Beat von Half Moon Run. Ah, okay. Mit dieser Live-Version. Okay. Ich kenne einfach Half Moon Run, die Live-Version kenne ich jetzt nicht. Ja. Aber okay. Schick dir nachher. Okay. Nice. Schicke ich dir nachher. Dann kommen wir doch jetzt zum vierten Feelgut. Schlag auf Schlag. Ähm. Jetzt muss ich überlegen. Im Vorfeld habe ich mir Gedanken gemacht. Und jetzt, jetzt kommt der Viert. Ja. Mal, jetzt kommt es mir wieder in Sinn. Ähm. Hey. UTZ. Racko. Seht ihr das? Nein. Das sind so die Europalet-Kisten. Die kennst du sicher auch. Schau, dort hinten stehen. Dort hinten stehen. UTZ-Racko-Kisten. Ähm. Äh. Äh. Das erste, was es gibt. Grandiose Dinge. Äh. Bei mir auch. Auf Tour mit dabei. Seit Ewigkeiten. Und ich habe sie dann im Plastikhals gekauft. Was? Wie heisst das? Ja, viele kennen es einfach in diesem Grau. Und das muss ich jetzt sagen, das ist natürlich ein Einsteigerwahr hier. In diesem Grau, das ist das Standardgrau. Es gibt es natürlich im Plastikhals, wo man, ich glaube es ist das Torna. Ah, lustig. Ich würde auch nie UTZ sagen. Aber Racko. Was hast du gesehen? Wenn es schon so steht, würde ich natürlich sagen Utz. Aha, du würdest Utz sagen. Natürlich. Vielleicht heisst es zwar Utz. Nein, es heisst sicher nicht Utz. Utz-Racko. Utz-Racko. Von der Utz-Group. Von Utz-Group. Hey, die ähm. Hergestellt in der Schweiz. Eben. Nein, das ist ein absoluter Klassiker. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Das ist noch wichtig. Ja, ich würde sagen, geeignet für alles. Würde ich da draufschreiben, wenn ich sie wäre. Okay. Aber es gibt es in anderen Farben. Wir sind jetzt im Plastikhaus schon lange in einem so rot-gelben... Plastikhaus. Im Plastikhaus gibt es eigentlich alles, was aus Plastik ist. Also wie der Name sagt. Es klingt nach einem Albtraum von einem grünen Regierungs- Im Plastikhaus. Im Plastikhaus kann man einfach alles kaufen, was aus Plastik ist. Es ist mit C, glaube ich, das ist Plastikhaus. Auf jeden Fall, dort hat es schon lange ein Gesamtsortiment gegeben. Und das beinhaltet eben auch gelb, blau, rot und... Ja, und das ist es, glaube ich, gewesen. Auf jeden Fall... Ich habe die roten gekauft vor über 10 Jahren. Mit denen sind wir jetzt immer auf der Tour. Und jetzt... Irgendwann habe ich jetzt gefunden, sie sind immer noch so rot und so. Irgendwann... Mir passiert das nicht so oft. Es sind mir so etwas wie das Sehnlichste Wünsche. Heutzutage habe ich das Gefühl, es gibt so zwei Kategorien von Sachen. Es gibt entweder immer, man wünscht sich etwas, Tag am nächsten Tag hast du es. Das gibt es. Ja. Oder du wünschst dir etwas und niemals passiert. Und jetzt in dem Fall, grosser Wunsch von mir und einfach in Erfüllung. Schau mal, dort das Pastellgrün, das Rosarot, das ist alles neu. Und hier sieht es, jetzt füllt das Rosarot. Das ist auch ein sehr farbintensiver Bildschirm. Ja, das ist er. Es ist so ein sanftes Rosa, sanftes Grün. Hey, einfach grandios. Wer kann man jetzt haben? Ich bin ein riesen Fan. Und ähm... Das hat mich so gefreut. Boah, nicht so schnell. Okay. Das ist auch ein Grau. Auch das Grau sieht fertig aus auf diesem Display. Krasser Display. Welches Grau? Ja, das sieht fast so ein bisschen grün-blau aus. Nein, das ist, glaube ich, wirklich die Farbe. Das? Ja, ja. Das ist schon ein bisschen... Schau, Georg Utz. Das heisst doch so. Ja, wieder Utz. Georg Utz AG. Ja, heisst doch, alle Leute, die ein TZ im Nachnamen heisst, ist doch einfach schon mal sympathisch. Schau jetzt hier, Stapelbehälter. Ich habe auch TZ im Nachnamen. Eben, ja. Geil. Ich habe jetzt gerade selber gemerkt. Ich denke, du beziehst nur auf dich. Das ist das, was ich machen würde. Nein, nein. Nein, ich habe natürlich zuerst an dich gedacht. Ja. Ähm. Hey. Das habe ich wirklich richtig fest in den Streit gehabt. Wirklich so unverhofft. Ja. Das ist so unverhofft passiert. Aber das glaube ich. Ich liebe so Momente. Ich liebe das auch. Ja. Und ich finde wirklich, das passiert nicht so oft. Ja. Und dort... Hey, ich habe es so gut gefunden. Ja. Und dann hast du welches Pastel jetzt genommen? Ähm. Ich habe jetzt eine Mischmasche gemacht. Eine Mischmasche. Jetzt bin ich mit allen Farben umgegangen. Ich habe dann so gedacht, dass es nicht wieder passiert, dass ich die Zayro wieder finde. Ah, das nervt so die Pastellfarbe. Mhm. Jetzt wird es einfach farbig. Ja. Aber zum Beispiel habe ich darum auch ein Sofa. Am Schluss habe ich mich für ein Sofa entschieden, wo der Bezug wechselbar ist. Okay. Der Überzug. Und ist er wirklich wechselbar? Ja. Okay. Wirklich wechselbar. Ja. Weil es kostet dann immer noch genug. Also weisst... So eine neue Überzug. Lohnt sich aber auch. Hey, ich finde für Möbel... Für Möbel gebe ich... Ich finde, da kann man wirklich viel Geld ausgeben. Ja. Und darum habe ich dann wirklich so gedacht, wenn ich in fünf Jahren keinen Bock mehr auf das Sofa habe, dann habe ich immer noch Bock auf das Sofa, in dem ich halt einen neuen Überzug habe. Hey, ja genau. Ja, solange es chillig ist, um drauf zu sitzen. Genau. Ja. Und das ist genau das Gleiche. Was hat es jetzt für eine Farbe? Jetzt ist es so eine... so eine... Champagner... Creme... Creme... Weiss. Ja. Fast wie das hier eigentlich. Ja. Und... Zeitlos. Genau. Und das kann dann aber irgendwann auch ein schönes dunkelblau sein. Ja. Es kann auch einfach... Ein solid blau. Von Natur aus... Oder ein dunkelblau sein. Oder ein dunkelblau sein. Genau. So ein... So ein Anthrazit kann es werden mit der Zeit. Das liebe, wenn du ab und zu siehst, so ein Teppich, welches seit 100 Jahren nicht gewaschen worden ist. Und dann kommt einer mit seinem... Hochdruckreiniger... Also du... Du redest jetzt von... So TikTok-Schein. Hey, das liebe ich einfach so Zeug sein. Ja. So reinigen. Zeugs reinigen. Das ist Wahnsinn, ja. Ja. Und es geht so lang. Aber ich frage mich dann immer... Bei dem Teppich. Mhm. Das hat doch niemand ernsthaft... Das ist doch fake. Meinst du nicht? Ich habe wirklich das Gefühl, der ist einfach draussen gesehen, 50 Jahre lang. Ja. Und man hat einfach nicht einmal mehr gecheckt, dass das ein Teppich ist. Eben. Das ist wie... Ich habe einen schon gesehen, wo es sagt, Hallo, ich mache dir einfach für meinen TikTok-Kanal gratis den Eingang sauber machen. Ja. Dann merkst du, es gibt überhaupt einen Eingang. So. Es gibt überhaupt einen Weg. Okay. Das ist so wie vergessene Teppiche. Genau. Ich habe das Gefühl, es ist sowas. Okay. Ja, vielleicht... Also ja, das ist natürlich schön. Ich denke dann mehr, das ist einfach die, die das vorher in ein Schlammbad irgendwie gelegt hat. Das finde ich natürlich unterstehen, wenn du irgendwie bei so einer Masse bist und sie zeigen dir die klarste Scheibe, die du jemals gesehen hast. Und dann sagen sie, so und schau mal, mit dem Putzmittel oder dem lustigen Schwumm oder was weiß ich. Und dann nehmen sie irgendeine braune Soße, die eigentlich an sich schon ab dieser Scheibe auf und runter läuft. Okay. Das ist für mich nicht Dreck. Das ist für mich nicht repräsentativ für denen, wie eine Scheibe bei mir zu Hause aussieht. Oder? Ja, das ist einfach nicht repräsentativer Dreck. Das muss jetzt einfach gesagt sein. Und dann nehmen sie den Schwumm und machen einmal Wupp und sagen, mit diesem Schwumm kannst du es putzen. Das heisst, bist du dir sicher? Und dann kaufst du den Schwumm und dann bist du zu Hause und merkst, nein, meine Wickelung von Dreck zu schieben. Mit deinem repräsentativen Dreck, den du zu Hause hast. Mit meinem Dreck, der eine Mischung ist von jahrelangem Staub, Fett, Abgas von draussen. deinen Dreck repräsentiert hat einfach krass. Der Street Credibility, den Dreck. Richtig. Da kannst du dich noch nicht mit so einem Messenschwurm nachher kommen. Nein. Wenn ich in Politik würde, würde ich auch sagen, repräsentiert alles. Auch Dreck. Genau. Das war jetzt eine komische Abzweige. Es war eine sehr komische Abzweige. Aber es war eigentlich wegen meinem Sofa. Genau so, wie es eigentlich passiert ist. Du warst einfach beim Scrollen. Es ist wie beim Scrollen. Plötzlich bist du in diesem Teppichreinigungs-Ding. Wegen den Urzboxen. Ja. Und du hast verschiedene Farben genommen und ich habe dir gesagt, darum habe ich mein Sofa jetzt auch einmal in einem Sofa genommen, wo wir den Bezug wechseln können. Ja. Und dann hatten wir davon, dass Sofas dreckig werden können und dann habe ich das mit dem Teppich gebracht. Und so sind wir irgendwie in repräsentativen Dreck. Okay. Zu deiner politischen Karriere. Ja. Und ich habe mir lange überlegt, wenn ich genau dich darauf ansprechen, dass du schon lange hättest auf Baseldeutsch wechseln musst. Oh shit. Also. Jetzt. Cut. Also. Aber jetzt Baseldeutsch. Ja. Sehr schön. Also ich probiere es, gell? Wobei eben du bist, ich glaube von dem haben wir es letztes Mal auch schon gehabt und du hast dann auch gesagt, du hättest jetzt auch nicht das reinste Baseldeutsch. Aber ich sicher halt noch weniger. Ja. Und ich kann es auch noch mal kurz. Aber ich gebe mir immer noch sehr Mie. Also. Du sagst Mie noch zum Beispiel. Ich hole alles zurück, ja. Und jetzt gebe ich natürlich extra. Äg. Genau. Gib mir noch ganz, ganz fest Mie. Also. Assi. mit dem James richtig Baseldeutsch red. Baseldeutsch red. Ja. Ähm. Auf keinen Fall sprich. Es ist reden. Nicht sprechen. Reden tun. Man geht auch nicht eine Treppe drauf. Sondern eine Stärke. Eine Stärke rauf. Und man nimmt auch nicht den Aufzug. Das sagt jetzt wirklich niemand. Das sagt jetzt einfach niemand. Also jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Dann geht's dann. Ich muss jetzt einfach kurz dreinkommen. Also alle, die jetzt das Gefühl haben. Man kann schon bei uns sagen. Es ist so ein bisschen. Ich weiss nicht. Ich habe das Gefühl, es zieht sich so ein bisschen durch die Schweizer Musikszene. Ähm. Spassspruch im Backstage. Ist einfach Baseldeutsch. Und ich weiss nicht wieso, dass das so ist. Das finde ich aber schön, dass es Spassspruch nicht ist. Aber das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Ähm. Und vielleicht hat es so ein bisschen damit zu tun. Und das brauche ich ja auch manchmal als Witz. Oder früher. Früher warst du auch in Baselitsch mit den französischen Wörtern. Mhm. Oder mit dem Parablui. In Chardin. Ja. Ja. Und dann ist eben auch zum Beispiel, ähm, ähm, ein Hallgerät von den Gitarristen. Ist ja der Reverb auf Englisch. Ja. Und der ist natürlich das Revers. Ja, natürlich. Und das Delay ist das Delay. Das Delay? Du musst noch ins Delay rein. Ja, du musst halt noch ins Delay. Und, ähm. Hey, darum ist Baseldeutsch ein bisschen Spassspruch in der Schweiz so eine Musik- Backstage-Szene. Ich habe das Gefühl, es ist überall Spassspruch. Ja, vielleicht. Und ich... Also ich würde jetzt auch sagen, für die Leute, die das Gefühl haben, ich mache mich lustig, das ist meine Muttersprache. Ich bin... Also eben, meine Eltern sind beide aus Basel. Ich habe Basel-Stadt als Heimatort. Geil. Und... Ja, ich bin eben, zwar in Bern geboren, dann in Nidau aufgewachsen, aber... ja, Muttersprache Baseldeutsch. Mit meinen Geschwistern und Eltern immer noch. Und dann, als ich 16 war, sind wir nach Basel gezügelt. Und dann habe ich eben dann schon gemerkt, ich rede jetzt nicht mehr ganz das Baseldeutsch, das man heutzutage redet. Mhm. Sowieso einfach, eben, es ist so ein bisschen natürlich verwaschen. Aber... Ich glaube, ich kann es immer noch so einigermassen. Ich finde es mal. Plus minus. Es ist sehr... Gute Ohren. Ja. Schön. Es ist sehr weit, würde ich sagen. Und darum, also eben, ja, ich mache mich da nicht lustig, sondern es ist meine Muttersprache. Aber ich rede sie schon relativ selten unterdessen, muss ich schon sagen. Ja. Also eben mit meinen Eltern und Geschwistern. Ja. Familie-Gatherings. Ja, und sonst so mit Leuten aus Basel, aus der Gimmie-Zeit, wo ich wie weiss, die wissen, dass ich Baseldeutsch kann. Mhm. So. Und mit Leuten von Baseldeutsch reden, die ich jetzt treffe, rede ich meistens Berndeutsch von Anfang an. Das verstand ich. Das verstand ich. Aber irgendwie wäre es auch komisch, wenn du dann irgendwie im Wallis auftauchst für eine Gig, und dann entscheidest du dich an dem Tag. Aha, ja. Ich rede jetzt von Anfang an Baseldeutsch. Nein, eben. Also wenn wir jetzt in der Kupple Auftritt haben, dann rede ich sicher Baseldeutsch. Ja. Einfach für, hey, Kupple. Ich meine, legendär. Ja, und es ist schon besser, dass der Kupple sagt, als dann irgendwie Kupple. 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 Ja, ich bin wirklich gespannt. Also ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das im Fall mein erstes Ausgangslokal gewesen. Same. Nein, nicht ganz, nicht ganz. Bei mir ist es zuerst noch so gesehen. Soka. Ah, das habe ich eben nie irgendwie. Ich habe es gerade kürzlich genau mit der Familie Anastasia, die uns die Vorbände gemacht hat in der Schür in Luzern. Und Kiff Aaron. Sie hat den Backside Soka und ich im Fall Kupple. Ich weiss mal nicht wieso. Bei mir ist es Kupple gewesen. Und Soka hast du halt ab 16 können. Aber Kupple doch auch. Kupple, nein, ab 17. Aha. Das heisst wirklich die ersten drei Mal, wo ich ab Desperados und Smirnoff 1 abgegangen bin. Dann hat es mit mir vielleicht zu tun gehabt, dass eine Schulfreundin hat eben dort an der Kasse geschaffen. Darum habe ich vielleicht auch schon mit 16. Wie es gemein ist ja, in der Kupple hast du gekriegt, wenn du 17 warst, hast du einen anderen Stempel gekriegt, als wenn du 18 warst. Mhm, okay. Und dann hast du an der Bar hast du die Stempel zeigen und dann hast du entweder die Bier oder Bacardi Breezer gekriegt. Oder du hast ja einen richtigen Gin Tonic. Also und für alle, die jetzt nicht wissen, woran wir reden, aber vorher haben wir es ja kurz angeschaut. Die Kupple war einiges an das Provisorium. Früher in Basel unter dem Genau, ein ewiges Provisorium. Beim Zolli, Nachtigallen, Wäldli. Ich weiss, wie heisst die Brücke? Das Nachtigallen Wäldli, ja. Unter dieser Brücke dort. Genau. Und es war ein Provisorium, außer Holz. Und dann ist es einfach ewig dort gestanden, weil es viel besser gehabt hat als ursprünglich angenommen. Und dann aber irgendwann hat es dem gleichen nicht gehabt. Ist es Lothar gewesen? Ich glaube, Lothar hat das, oder? Vor lang, vor 20 Jahren oder so. Irgendwann war es dann Schluss. Nein, nicht vor 20, vor weniger als 20 Jahren. Weniger, weniger. Aber schon vor unterdessen relativ langer Zeit. Und es war lange nichts mehr und jetzt eben endlich. Ja. Jetzt haben sie einen richtigen Neubau hingestellt, weil es bleibt. Für immer. Und jetzt geht es wieder auf. Man kann nicht mehr rauchen. Ich glaube, das hat man dann auch schon am Schluss nicht mehr ganz können. Nein. Aber für mich, das sind so erste Ausgangserinnerungen. Ja. in der Kupple. Und ich habe das immer so gut gefunden. Das erste Mal, als ich dich live gesehen habe, war es in der Kupple. Nice. Übrigens. In meiner Erinnerung waren es echt auch immer coole Konzerte in der Kupple. Und darum freue ich mich sehr. Sind wir jetzt wieder dort? Nice. Ja. In Basel. In Basel. In Basel. Ja, voll. Darum ist es schon ein bisschen ins Heim gekommen. Natürlich. Das glaube ich. Das glaube ich. Das glaube ich. Aber in Basel selber gewohnt, hast du ja nie wirklich. Doch. Also eben, als ich gesagt habe, haben wir mit der ganzen Familie ins Gellert-Quartier gezogen. Und dann bin ich, hey, ähm, vier Jahre dort gewesen. Also eben Gimi dort fertig gemacht. Und dann, ähm, habe ich ja ZHDK gemacht. Bin nach Zürich gezögelt für das Bachelorstudium. Aber dann, habe ich ja ein Pausejahr eingelegt. Ich bin, glaube ich, wieder zwei Jahre in Basel gewesen. Dann wieder in Zürich und dann nochmal in Basel. Das hast du das letzte Mal erzählt. Das weiß man. Ich bin so ein bisschen hin und her. Ja. Dann auch gezögelt. Aber ja, ich habe insgesamt sicher, ich würde es manchmal sagen, acht Jahre. Acht Jahre in Basel wohnt. Ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und eben, also ja. Ja. Ich, ich merke, wie, wie ich probiere, oder probiere, wie ich viel bewusster jetzt Baseldeutsch reden als vorher. Das ist ganz schlimm. Einfach, weil ich dir jetzt gehöre. Baseldeutsch reden. Ah. Schön. Ja, ich kann es brauchen. Das hilft mir sehr. Es, es klingt aber auch ein bisschen wie jemand, der einfach sehr gut Baseldeutsch nachgemacht. Weisst? Wenn ich jetzt so... Ja, natürlich. Aber auch nur, weil... Das tut mir natürlich leid. weil ich natürlich jetzt im Kopf, den habe ich vorgegeben. Aber ja. Ah. Kommen wir mal zu deinem fünften und letzten Feelgood. Es ist schon so weit, ähm... French Toast. Oh! Okay. Habe ich am Sonntag gemacht. Also definier... Definier schnell French Toast, damit wir vom Gleichen reden. Also... Milch... in eine Schüssel geläht. Ja. Ein Ei rein. Verquirlt. Salz. Und dann... äh... so ein... Zupfer... Stück. Ja. Dreigelegt. Zopf. Zopfstück. Dreigelegt. Ähm... Genau. Ein bisschen Zimt noch rein. Ein bisschen Zucker. Preise Salz. Gemischelt. Zopf rein. Gewendet. Ja. Dann ein bisschen Anken in die Pfanne. Tssst. drinnen, lass es sizzlen. Wie man sagt. Auf quasi Deutsch. Hey, und damit so ein bisschen Zwetsch gekommst. Wie habe ich das gegessen? Und ich hab's... Ich hab's so gut gefunden. Und ich hatte einen Erfolg. Ist das in dem Fall wie... ...wie Fuzzelschnitten? Ich glaube, wahrscheinlich ist es eigentlich Fuzzelschnitten auf... ... auf Englisch. French Toast. Ja, eigentlich ist es... ... Fuzzelschnitten, ja. Aber ich hab gemeint... ... ist French Toast denn nicht effektiv mit Toast? Ist das der Unterschied? Hey, ich würde jetzt auch mal behaupten, solange es so weissbrotig ist, ist es eigentlich auch so ein bisschen egal. Genau, solange es einfach möglichst viel Polyhydrate hat. Ja, und das ist absolut ein comfort food für mich. Und ich habe mir das am Sonntag gemacht. Oh, können wir mal schon zurück? Das ist ja ganz geil. Beim ersten, schau mal. Franch Toast served at Mac's Restaurant in Rochester, Minnesota. So gut. Wieso ist es jetzt auch mäßig? Da setzt es nach Parizet aus. Okay, die kennen gar nichts, was die da draufgebracht haben. Das ist lustig, weil das habe ich sicher seit 20 Jahren nicht mehr gegessen, aber ich weiss, ich kürze. Ich habe schon lange nicht mehr. Absolut, liebe. Hey, und es ist so einfach. Und ich habe es auch, also von jetzt, ich habe es dann gestern gerade wieder gemacht. Für die Kinder zum Feiern habe ich es gemacht. Eben, natürlich musst du dann nachher diskutieren, ob sie fucking Gemüsegabeln essen. Zum Feiern hat es es gegeben. Aber wir sind eben dann beim Zmorgensbiet zu probieren und dann hat auch die Eltern gefunden, ah, besser als ich habe gemeint. Dann habe ich gesagt, hey, es ist immer, wenn ich sage, dass es mega fein ist, ist es mega fein. Und ich sage es nicht als Witz, sondern weil es wirklich so ist. Ja, es hat dann gleich nicht wirklich funktioniert. Aber ja, French Toast. Für alle eine grosse Freude. Wie bist du denn auf die, hast du auch als klassisches Restverwartungsding gemacht? Ja, voll. Du denkst, shit, ich habe noch ein bisschen trockenen Zopf. Man, um die Nacht am Abend vorher Hot Dogs gingen. Das ist irgendwie etwas, was bei euch so ein Nahrungsplan für die Woche ist. Ja, das klingt echt super. Nachdem wir am Mittag Mac bestellt haben, das klingt so gut. Dann hat es auch so die Hot Dog Brötchenhörig gehabt. Und dann habe ich so gefunden, und ich habe am Sonntag länger dürfen schlafen. Wir probieren, wenn immer möglich, am Wochenende darf immer jemand am Samstag und jemand darf am Sonntag länger schlafen. Ja. Und ich habe am Sonntag länger dürfen. Dann bin ich so aufgestanden und habe es gefunden, ah, jetzt, was gibt es denn zum Morgen? Und dann habe ich es gefunden, ich mache jetzt French Toast. Und dann, ich glaube, es ist so ein bisschen auch, ich bin auch sehr stolz gewesen auf meine Idee und dann aber auch auf die Umsetzung. Es hat grandios funktioniert. Ja, ich bin jetzt sehr gut da gefühlt. Und was hast du genommen? Zwetschgen, Konfi? Ja, genau. Das ist ja ein bisschen... Zwetschgen und Zimt. Das ist ja ein bisschen wie... Das ist ja so gut gewesen. Wie heisst es? Kaiserschmarrn. Dort hast du ja auch Zwetschgen. Ich glaube, schlussendlich ist es wahrscheinlich so ein bisschen wie Prosecco-Schaube wie Champagner. Ich glaube, überall heisst es etwas anders. Aber ja, es ist wahrscheinlich auch das Gleiche. Nein, Kaiserschmarrn hat, glaube ich, kein Brot drin, effektiv, oder? Sondern? Ja, einfach Mehl und... Ja. Mehl und Milch und... Ja. Brot in roher Zustand. Ist aber dann, ich weiss, schlussendlich dann eigentlich so ein bisschen das Gleiche. Genau, darum geht es ja so lange, weil es wird ja dann wirklich ein bisschen die brotige Masse. Stimmt, okay. Schau jetzt da. Ja, stimmt. Da kommt es... Ja, ja, stimmt. Das geht eigentlich einfach länger, ja. Ja. Also ein French Toast ist einfach... Hast du das Brot schon? Kaiserschmarrn-Express. Also ja, Industrie-Schmarrn. Weil das Brot ist schon gemacht. Ah! Ich habe so eine... Ich liebe eben Lebensmittelindustrie, finde ich so geil, was es dort alles gibt. Und zwar habe ich einen Bericht gesehen über einen, der wirklich... Der riehmt sich noch, das ist ein Koch im Deutschen, und der riehmt sich noch, dass er noch Herzoginnen-Kartoffeln, dass er die noch selber macht, und weisst du so. Und dann schicken sie dir natürlich, weil sie Arschlöcher sind und Fernsehen machen, schicken sie dir an eine Masse, wo eben alles so Lebensmittelindustrie-Zeugs präsentiert wird, oder? Einfach damit er möglichst grosse Krise kriegt. Okay. Und der Klassiker ist ja zum Beispiel das Rieherei. Ist ja schon lange in jedem Hotel, im Tetra Pak, so eine Masse, oder? Ich glaube es bis jetzt nicht ganz. Also in den Hotels, wo ich bin, wird das immer ganz frisch. Du siehst, das ist auch der Unterschied zwischen Musiker und Komiker. In den Hotels, wo wir sind, sind wir froh, wenn es überhaupt einen in irgendeiner Art und Fiss gibt. Nein, natürlich, ich meine, wenn du ein richtiges Rieherei kriegst, merkst du es auch gerade. Und, die Leute haben sich auch ein bisschen an den Geschmack gewöhnt. Absolut, ja, ja. Und sie essen, glaube ich, auch sonst nicht allzu oft Rieherei. Wenn ich zum Beispiel bei grosse Rieherei fahren und ich mache... Und es macht dir vielleicht so food waste-technisch sogar eben noch Sinn im Tetra Pak. Also weiss ich jetzt nicht? Das ist ja... Ja, aber ich denke... Aber so ein bisschen wie... Weisst du, weisst du... Eier heben, Eier heben im Monat. Also... Nein, aber so wie zum Beispiel, wenn ich so Eiweiss speise, in den Drinks und so, macht es doch gar nicht fast mehr Sinn. Die Leute haben es dann gekauft und schon Eiweiss separiert. Also mit dem Eiweiss irgendwie... Oder was sie jetzt immer haben, die vegane Variante, weil es schmeckt ja eh nach nichts, ist so Kicherabse-Saft. Also Kicherabse-Wasser. Das kannst du auch aufschlagen und dann so schimmig. Also, aber dann ist der und der ein Ess gewesen. Und hat dann... Und was ist mein Liebling gewesen? Ich glaube, eben Kaiserschmarrn auch. Hat es auch schon gegeben im Tetra Pak. Und dann ist er voll... Sie hat das überhaupt nicht verstanden. Und die natürlich doch, doch, und es schmeckt super. Und sie zeigen denen, wie es halt so... Wie es halt eine Lebensmittelindustrie ist. Wie halt einfach du als Gastrobetrieb möglichst günstig und... Ja, und einfach. Vor allem, oder? Genau, dass du das kannst machen, oder? Mein Kollege von mir hat mal in einem Restaurant, es sind jetzt andere Leute drauf, aber in Zürich, hat mal einen Zigarettenstummel in seinem Essen gehabt. Und er ist dann sicher beschweren, logischerweise. Weil er fand, das ist ein Kompromiss, der noch nicht einkommt. Verständlich. Und die haben sich in aller Formen entschuldigt und haben gesagt, ganz ehrlich, sie haben so tiefgefrorene Gemüse-Pakete, wo halt von irgendeinen kommen, und sehr wahrscheinlich ist das halt schon in dem tiefgefrorenen Gemüse-Paket gesehen. Dass auf die einen in... Ja. Hongkong, oder wo sie auch immer das Gemüse zusammengesetzt haben. Der hat dort am Hafen, oder wo der auch immer gesehen hat, gefunden hat, oh shit, ja noch. Weisst nicht, wie wahr die Geschichte ist, dass er am Schluss den Zigistummel in seinem Essen gehört, das stimmt. Okay. Wo es genau reingehört ist. Weisst ja nicht. Weisst ja nicht. Aber kann ich mir wirklich noch vorstellen, dass halt zu einem tiefgefrier-Paket... Ja, vielleicht... Dass das halt schon so bei dir ankommt. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich finde es schon einfach immer sehr lustig bei den Industrie-Sachen, weisst du, wenn es so wie auf der Verpackung dann steht, so wie ausgelesene Zutaten. Ja, ja, ja. Natürliche Aromen, das ist mein Liebling. Ich finde, das geht wie noch. Ich finde, weisst du, mehr so, wenn sie so wie wenn sie sich brüsten damit, dass sie sich schon ein bisschen Mühe geben. Und ich finde, das Übelste wäre, sie würde draufschreiben, unausgelesene, weisst du, so wie zufällige Zutatenmischung. Oder was auch geil ist, jetzt... Hoffentlich haben sie es ausgewählt, was drin ist. Und dann schreibt sie ja so Zeugs wie jetzt neu, weisst du, extra so gross, jetzt neu, ohne Palmfett, oder so. Okay, das finde ich auch gut, Und dann denkst du immer so, jo, aber... Bis jetzt. Eben, das ist schon mehr so. Du musst eigentlich sagen, wie toll wir jetzt sind, im Gegensatz zu wie schlecht vorgesehen. Das heisst, sind ja dort ein Schuldigstandnis, im Wissen. Nicht so geil. Das stimmt natürlich. Ja. Und umgekehrt auch da alle die, weisst du, ich weiss doch nicht, so Frühstücksflocken und so. 37 Vitamine und Nährstoffe und so. Wo ja einfach... Kurzer Factcheck, ich glaube nicht, dass 37 Vitamine gibt. Nein, ich weiss, was du meinst. Nein, und Nährstoffe, Mineralstoffe. Nein, 12 sind es immer noch. Und sonstige Stoffe. Sie schreiben immer irgendwie 12. Genau, wie so etwas. Aber die werden ja künstlich zugefügt, damit der Nutri-Score besser ist. Aha, das ist das A, B, C, D. Und der Nutri-Score setzt sich zusammen vor, wie viel hat es von schlechtem drin und wie viel hat es von gutem drin. Und damit jetzt... Okay. Wenn du jetzt einfach sagst, okay, wir haben zwar mega viel Kohlehydrate zum Beispiel, aber komm, wir machen jetzt noch mega viel von gutem drin, denn dann kippt der Nutri-Score in eine bessere Bewertung. Okay. Das heisst, du kannst eigentlich beides aufladen, mega viel Schlechtes und mega viel Gutes in Anfix und Schlussstrich. Aber ich finde, das wird der Claim sein für deine Tour mit Jazzband. Nämlich? Endlich auch gut. Mit Liveband. Endlich kultiviert. Endlich hörenswert. Kommen Sie vorbei. Ich habe nicht gewusst, dass du mich so schlecht findest. Nein. Wie sind wir jetzt auf das gekommen? Ich weiss auch nicht, du erzählst immer von diesen Messen. Ja, vorher schon mit deinem repräsentativen Dreck für Schingen auf der Masse gesehen. Wir hatten jetzt Herbstmasse gehabt, das hat natürlich schon ein bisschen Niffluss. Nachhaltig bei uns. Hast du schon mal gesehen, den Herbstmasse? Ja, ich war jetzt wieder mit meinen zwei Kindern auf dem Crazy Clown, auf dem Hevelimound. Ja. Auf dem Hevelimound. Crazy Clown. Crazy Clown. Das ist ein Einstieger, Achterbahn. Das ist gar nicht so crazy. Weil ich also gedacht, meine Kinder sind jetzt vier und zwei und ich dachte, hey, der Zwei-Jährige, ich darf eh nicht mitkommen. Und dann so zu der Kasse, ja, wie sieht es aus, ah, kein Altersbegleit mit Ziegen. Ja, dann ist klar gewesen, es ist voll ein... Sogar zu dritt haben wir so nebeneinander jetzt können. Ja, es ist echt gar nicht mal so crazy. Aber, hey, es ist gleich das Highlight gewesen. Der Eltern hat es so gefeiert. Und der Glein hat es eben auch super gefunden, weil auf der Rössler-Reite ist er auch noch gewesen. Das hat er nicht cool gefunden. Nein. Er hat einen geschreuen und so, das hat mich irgendwie nicht cool. Crazy Clown. Problemlos. Das ist lustig. Bei meinem Götti-Meitli ist das auch so gesehen, dass, wo sie noch sehr klein war, ist die kleine Bahn, wo langsam war, ist eine Katastrophe. Und wo es schneller schon war, das ist gegangen. Ja. Ja, das ist jetzt wie uns auch so gewesen. Von dem her, ja, Herbstmesse. das sind wir, also auch eben, wo wir in Biel gewohnt haben, respektive in Nidau, jeden Herbst einmal an die Messe. Das ist schon immer das Highlight gewesen. Aber jetzt wohnst du immer noch in Biel? Wieder. Ja, okay. Ja, voll. Ah, okay. Genau. Ist ja auch kein Katzensprung von Biel. Ja, es ist ja immer die Frage. Also, mit dem Zug, man kann also direkt durch die Jura fahren, mit dem Zug geht fast schneller als mit dem Auto, hätte ich gesagt. 20 Minuten oder so. Okay, nein. Das ist eigentlich noch easy. Das geht. Ja, ohne umzusteigen. Biel, Basel. Ah, natürlich, wenn du, ja, durch Jura. Genau, du fährst dann über Delamont, also Mutti Delamont, ja, 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 ja. Hinterherum. Ja, okay. Ja, weil durch Jura ist man ja schnell. Mit dem Zug, ja. Genau, mit dem Zug schon. Nein, sehr gut. Ja. Okay, machen wir noch etwas abschliessend zum French Toast? Nein, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Gibt es noch einen Bonus? Kleiner Bonus. Yeah. Also, nein, ich habe ja am Anfang, du hast ja kurz gesungen, habe ich gesagt, ich erzähle dir noch einen Witz. Also, respektive, es ist ein bisschen verbunden mit einer Frage. Ja. Und zwar, mein älter Sohn, vierig. Ich probiere jetzt Witz zu etablieren. Ja. Und ich habe dann einfach gemerkt, es ist mega schwierig, es ist richtig schwierig. Witz für kleine Kinder. Absolut. Und ich erzähle dir jetzt den, der bis jetzt am besten funktioniert. Nice. Und dann hätte ich gerne vor dir noch einen neuen, den ich ihm erzähle. Also, der, der bis jetzt am besten funktioniert, ist, ähm, eine Giraffe und ein Häschen. Treffen sich. Ja. Sagt die Giraffe zum Häschen. Oh, Häschen. Ich habe so einen langen Hals. Im Sommer, da kann ich das kielste Wasser trinken. Und wenn ich es schlucke, dann rinnt es meinen ganz langen Hals und es verzoberst, bis zu zunterst und ich spüre es den ganzen Hals lang und es fühlt sich so gut an. Und wenn ich die frischesten Blättli verzobst vom Baum abknabber und sie dann runter schlucke und sie langsam, langsam durch meinen langen Hals runter wandere, dann ist das einfach ein grandioses Gefühl. Häschen, das kennst du halt nicht, gell? Hm. Also, Häschen, sag doch mal etwas. Ja, also, hast du auch schon mal gekötzelt? Findest du lustig? Ja, ja, das ist herzig. Vor allem habe ich gewusst, wo alle geht. Das ist schön. Ich glaube, was mich so lustig finde, ist auch, dass das gekötzelt vorkommt. Absolut. Ich glaube, das ist halt so wie mit dem Hals und umgekehrt Richtung und so. Ja, ja, ja. Ja, ey, ich meine... Jack, ich glaube nicht, aber ich gekötzelt finde es so lustig. Aber dann habe ich gemerkt, es ist so schwierig und es würde mich interessieren, ob du einen Witz hast für Kinder, was so wie... Oder ich bin dann so googlen. Ich finde es auch sehr, sehr schwierig, weil ich bin an einem Kindergeburtstag gesehen und dann kommt die eine und sagt, Kennt ihr Witz? Wisset ihr auch, oder? Und dann habe ich oft schon gewusst, die Regel 1 in der Comments ist, you know your audience, oder? Dann habe ich gewusst, sie kenne ich nicht. Dann habe ich gefunden, was... Sag du mir mal einen, damit ich dann so einen Massstab habe, oder? Dann habe ich gefragt, sag du mir zuerst mal einen, dann kann ich ein bisschen überlegen, in der Zeit. Und dann erzählt sie mir einen 50 Jahre alten Blondine-Witz. Mhm, okay. So, dann habe ich so gewusst, okay, das ist jetzt, ich glaube sieben gewesen, oder so. Okay, das ist dort das Level. Und es ist lustig, dass es immer noch so etwas gibt. Weißt du, wie... Blondine-Witz. Das ist einfach so... Aber ich habe das Gefühl, mit sieben funktioniert aber schon viel mehr. Ja, aber... Mit vier ist, glaube ich, schon nochmal... Aber ich habe dann gemerkt, dass so zum Beispiel bei den Kindern von meiner Freundin, die so acht und elf sind, dort ist dann auch so eine komische Zwischenphase von... Ähm... Nicht mehr ist lustig. Nein, nicht nicht mehr, aber schon viel so einfach so... Das ist dann dumm. Weißt du, so, oder? Weil zum Beispiel, ein von meinen Lieblings-Kinderwitzen ist, vor allem jetzt, wenn Gemüsbärs Thema ist, oder? Sagt der eine zum anderen, oder die eine zum anderen, was gibt es bei euch heute zum Mittag? Und dann sagt die andere Person, schiess ich mit Arbsli. Und dann sagt die erste, wäh, Arbsli. Das ist gut. Ich glaube, ja, den probiere ich aus. Aber eben, das ist zum Beispiel, dann bei einem Achtjährigen, dann schon so, äh, pfff, weißt du? Ja, hey, voll. Shit, das ist dumm. Ich glaube, das ist so eine Unterkategorie von Witz für ganz kleine Menschen. Ja. Jo, ich meine, ich habe es so lustig gefunden, zwei Fliegen um die Fliegen und die eine sagt, Achtung, es kommt eine Lampe und die andere sagt, schiess boing. Das ist auch gut. Das ist killer. Oder irgendwie, weißt du, zwei Tomaten gehen über die Strasse und die eine wird Ketchup, wie ist der gegangen? Genau, aber ich glaube, der ist eben zum Beispiel, der ist schon zu weit. Zu abstrakt. Ja, voll, der ist glaube ich zu abstrakt. Ich glaube, das würde ich jetzt noch nicht checken. Ja. Von dem her, der andere mit der Erbsen ist gut, weil noch ein Kacki drin vorkommt. Eben, das ist natürlich. Das zieht einfach. Das muss ja. Kacki bis kurz. Kötzle. Kötzle. Das ist halt schon sehr lustig. Das ist auch noch einer, der hat natürlich auch mit Kacki zu tun, ist, uh, gestern ist ein Läu aus dem Zolli ausgebrochen und ich habe ihn gesehen. Und er sagt, oh ja, und was hat er gemacht? So. Also was? Aber Läu macht doch irgendwie und also, wenn du ihn von vorne siehst, schon. Aber das schon. Du musst schon zu weit denken. Ja, okay. Das ist richtig dumm. Ja, mit dem, ja, das würde ich glaube, jetzt noch nicht. Man muss ja schon immer aufpassen, der erzählt ja dann weiter. Natürlich, natürlich. Das ist ein krasses Problem. Ich müsste er auf dich abschieben. Das ist ein Problem. Bevor ich gewusst habe, was Rassismus ist, habe ich einen rassistischen Witz weiterverzählt. Also weißt du, wo du von deinen Eltern, nicht, nein, genau. Wo ich vor spezifisch, nein, sondern im erweiternden Unfall. Wo du an der Masse gehört hast. Im erweiternden Unfall auf dem Crazy Clown gehört. Aber halt ja, weißt du, du gingst 90er, 90er und du bist irgendwie 5 und du hörst und irgendwie, du hörst das und irgendwie andere lachen und du denkst, okay. Also ja, genau. Und darum, natürlich muss man sich auch einen leichten pädagogischen Hintergrund muss man sich schon noch überlegen. Ich meine, was ja schon nicht mehr geht, ist so, was macht der Klon im Büro? Faxen. Der geht ja schon nicht mehr, weil Faxen... Weil Faxen nicht mehr. Das ist kein Ding mehr. Schade, aber gut, der wird es. Oder treffen sich zwei Jager, beide tot. Aber das finden Kinder nie lustig. Ich finde das super lustig. Ich komme noch nicht draus. Also, überleg noch ein bisschen. Treffen sich zwei Jager. Ah, okay. Habe ich immer super gefunden. Habe ich immer super gefunden. Aber für Kinder ist das wirklich... Das ist so... Ich bin dumm. So dumm. Zwei Jager. Ja, aber vielleicht schon einfach, weil dann... Ja. Weil Kinder wie noch zu wenig drauf können lachen, dass sie selber jetzt dumm sind. Genau. Das ist wahrscheinlich das Problem. Was wir natürlich super lustig finden. Genau. Ja. Dann haben wir uns schon... Ja. Noch den ganzen Tag damit abgefunden. Was hast du denn, als du googelt hast, was hast du dort für einige gefunden? Ja, oder eigentlich zum Beispiel gesehen, äh... Peter kommt am Montag in die Schule und Susi fragt, und Peter, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, beim Zolli gewesen. Und was hast du für dich gesehen? Hey, schon vor dem Zolli eine Riesenschlange. Mhhh. Wortspiel. Ja. Das funktioniert dann wie in Ordnung. Und das ist dort... Also das ist unter Kinder. Ich habe googelt Witze für kleine Kinder. Ja. Und ich glaube, ein Wortspiel funktioniert einfach nicht. Das ist wie noch... Also, das geht wie nicht. Und dann eben sind wir zum Glück dann auf den Korn mit einem Kötzler und dann... Der hat voll funktioniert. Sehr schön. Ja. Ähm... Aber es ist gut, ich probiere noch den mit dem... Ähm... Ja, mit der Erbsli und dem Gacki. Jeder ist... Dankeschön vielmals. Das neue Album ist überall. Ähm... Auf Tour bist du auch. Genau. Voll. Und äh... Also ich würde auf jeden Fall bei einem Gig wieder vorbeischauen. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Alles Liebe. Yes. Vielen Dank. Und dann natürlich auch. Viel Spass ins Schlieren nachher. Ja. Dankeschön. Und danke Christoph. Yes. All den Best. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Tschüssi. 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 Tschüssi.